man muss auf dem server bande was erzählen da wieder ich bin so geboren ich hab dein schlüssel geklaut der mann ja warum ja weil ich brauch ein auto was du brauchst du ich bin da ich habe auto stehen lassen bin mit dem samstag von dp warte mal ja das was tun wir verbrechen reichen der will sich bei dir entschuldigen warum will er sich entschuldigen weil der falsch verstanden hat er hat beim johnny noch mal nachgefragt und der hat das trotzdem gesagt bin ich festvoll und bezeugt ich weiß nicht mal ob ich seine nummer habe ich meine hast du gelacht also sonst ist sonst ich also ich habe warum stotterst du so weil ich bin nicht vorbereitet auf meine setze pardon aber damma warum bist du denn aus dem zwei heraus weil ich habe zwei in der park zu anderen gespielt ich habe mich voll erschrocken mein nacken tut weh soll ich den nacken klatsch geben nein ich habe nerv eingeklemmt was zeh eingeklemmt weil mila hat wieder auf meinen kopf geschlafen die wollte sich unbedingt setzen der johnny kriegt eine fressel ne gehört ist der johnny hat mich angerufen hat gesagt deine ganze familie trägt klettverschluss schuhe das diesmal aber nicht gelogen ich hab seine nummer nicht von dem grüftyken warum hast du die nummer von meinem kerl weil ich dich boxen genau weil ich boxe mit ja gib mal die nummer die nummer und nächstes mal wenn du im trailer fans im fuhrzmähler machst du fans auf können wir im arsch lecken trinken jadis warum kannst du nicht so gut amateurieren weil wir sind ein paar medien du hast aber nicht ich mein die haare wie kalt ist ich pisse auf deren fleck hau auf damit seit 5 um 5 7 07 7 07 2 2 2 2 07 ne warte war das die da klingelt hallo das ist vom demmer die nummer du scheiße du bist so scheiße ne ich hasse dich dann war das die falsche moment dann ist das warum verharsch du mich man da sind zwei unbekannten und das tippelt leicht du hast mich voll auf den kopf genommen voll die ball ok dann ist das die hier 2 2 1 ich will mich für mein vielverhalten entschuldigen ja 2 2 1 ja 2 2 1 ja ich hab keinen Wort verstanden weil ich will da das hütteln kurz stopp ja 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 8 1 Ja. Gott, was, was ein Geburt. Wir sind noch nicht mal hier rausgefahren. Hallo Mr. Grove, ich bin so geboren. Ja, freut mich. Ich sollte anrufen. Du hast dich, willst dich entschuldigen? Ich hab noch mal nachgefragt, weil Schoko meinte so, ob ich mich nicht wirklich verhört hätte. Und keine Ahnung, ich hab noch mal nachgefragt. Und der Halter hat nicht Jack gesagt, sondern Jack. Und ich hab das nicht richtig verstanden, halt, den Namen. Und deswegen war so ein Missverständnis. Okay, das gibt's nicht. Also, nicht du hast auf ihn geschossen, hat er gesagt, sondern dieser Jack, Jack. Ja, der, was ist eigentlich mit dem Hund? Geht's denn gut? Äh, keine Ahnung, der schläft in der Hundhütte, aber seitdem nix mehr gehört. Hat der noch alle fünf Beine? Ja, ich hoffe doch. Hat der Tierarzt irgendwas gesagt, ob der nochmal wiederkommen soll? Null, nur den Verband wechseln. Okay, ja gut, machen wir. Ey, pass auf, deswegen, äh, tut mir leid, falls der Mischensverständnis war oder so. Ja, mit deiner Information hätt ich fast den umge... Ich hätt den umgebracht, ne? Wegen... Hä, wegen Gott? Wenn der über mich scheiße erzählt, dann dörr bei ich den. Die kleinen Kachi. Ey, das ist doch dein Kollege. Das ist sogar meine Familie, aber ich fick den trotzdem. Blut ist dicker als Orangensaft. Ehrlich? Ja. Es gibt aber auch Blutorangensaft. Aber ich mag das nicht, da ist mir zu viel Erdbeeren drin. Ja, hast auch wieder recht. Ey, pass auf, äh, wir sind jetzt gleich an, Chris und Bennys, äh, hier umsonst lackieren einmal. Oh, aber ich hab kein Auto. Ja, machen wir auch ein Fach. Keine Ahnung, was hast du... Ey, du bist letztens mit dem Nero gekommen, als ob du kein Auto hast. Das war nicht mein Name, dann hab ich geklaut. Wir lackieren auch geklaut, nein. Aber vielleicht mit der Mann, Lackierung, vielleicht kommen wir mit seinem Auto. Krieg 5%? Ja, wie gesagt, als Entschuldigung machen wir das. Okay, dankeschön. Alles klar, ja, hau rein. Tschüss. Okay, der hat scheiße gelabbert. Juni hat das doch nicht gesagt. Nein? Nein, aber wir kriegen eine Lackierung bei Bennys umsonst. Geil. Weil, Demba, willst du dein Auto lackieren? Was war denn vor zwei Tagen erst lackieren? Ach so, hast du den Schwab lackieren lassen? Quats, Metallic. Jufke, willst du dein Auto lackieren lassen? Nee, der muss so bleiben. Oder sollen wir einen Gang Gang Farbe auswählen, für die Raupen? Ja, grün. Grün. Mir fällt grad auf, wir haben keinen Fiat-Turer, ne? Wir müssen ein paar gerne klauen. Wieso, wir sind da zu Fiat und haben zwei Autos? Ja, aber wir... Was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Ich glaub, der mag dich nicht mehr, Demba. Ja, immer sagt der so. Was hältst du jetzt zu, dem Bitch? Küss den doch. Du bist mein Cousin. Du, wir wurden auch geboren. Mann, wir wollen doch mit einem Auto fahren. Außerdem will ich mir mit Jeff K. heute noch was angucken in den Haus. Dann fahr doch mit deinem Jeff K., dann gib mir meinen Schlüssel. Oh, du willst mir mit Jeff K. zusammen hauen. Ja, ihr kommt doch mit. Küss den doch. Gib mir meinen Schlüssel. Halt dein Schnurz, der so steckige Schlammluft. Ja, hübs mich alle. Schluck Schwanz. Schluck Schnecken. Ach so, wir halten noch. Schluck Schnecken, nicht Schwanz. Hure. Aber mein Nacken, niemand muss mich Massage machen. Gib mir Schlüssel, sonst klatsch du. Was? Ach so, dein Autoschlüssel. Ja, mein Auto. Was ist denn das für ein Auto? Ein Windzor. Windzor. Ich hab ihn so getauft. Wie ist dein Nummernschild? Fuck my life, ey, lauf mal dick. Ich will die dreckigen Lieder, können die schwule, Jeanshose loswerden. Gibt das. Hallo. Hallo, du hattest angerufen? Ach so, ja, hatte ich schon erledigt. Ach so, okay. Hau ein netter. Ja, klar, man sieht sich. Mhm. Okay, wer fährt jetzt mit wen? Mila fährt mit Jeff K. Mhm. Bei Jeff K. ist nicht so einer, die Mila am Bein packt. Ja, komm, wir leben. Abenteuer. Die darf sogar am leichten Wagen hinten liegen. Ja, die liegt echt auf wie ein Bein. Mila am Bein packen. Ja, fahren wir kurz zum Klamotten-Shop? Also, sollen wir in die Stadt fahren? Was für ein Klamotten-Shop? Das Haushalt dann. Ich mach da schon auch auf. Weil da direkt in den Bennys ist. Okay, zu Bennys, bei dem Laden. Ja, bei uns zu Hause. Also, ex-zu Hause. Wir wurden ja ausgeschmissen. Jijijij. Warum isst du jetzt steckend ein scheiß Auto ein? Wollen wir da wohl essen? Dann mal guck, wie schrölt. Doch nicht. Was ist das für ein Auto? Ein Windzor. Du hast nicht mehr in die Haare wie ich, ne? Du hast nicht mehr in die Haare wie ich? Ich hasse nicht. Aussteigen. Warum willst du aussteigen? Du sollst aussteigen. Warum? Weil du mich hasst. Und das ist mein Auto. Mein Reich. Komm mal. Guma! Schöner Auto, ne? Ja, aber es sind nur zwei Sitzer. Egal. Warum sollte ich Mila am Bein packen? Was hat die denn da? Kruste. Hat die hingefallen? Mhm. Eine Kniescheibe. Eine Kniescheibe verdreht? Mhm. Das sieht aus, als wir mit zur Beerdigung fahren. Ja, zur Beerdigung von Juni, ne? Wer ist denn gestorben? Johnny? Ich würde das ja selber machen, aber kannst du Johnny töten für mich? Johnny töten? Mhm. Dann übernehmen wir den Park. Dann verkaufen wir Drogen. Hä? Ich habe eh Geburtsrecht. Ich bin König geboren. Hast du gesagt? Soll man den töten? Geh jetzt einfach da hin und sag, ist jetzt mein Park. Soll man auf dem Hausdach klettern und einen Ziegelstein auf seinen Kopf werfen? Ja, lass Steine schmeißen. Oder Kakao? Der Schwanz. Der mochte noch nie Kakao. Der ist allergisch gegen Kakao. Dann stirbt der, ohne dass wir den haben erschossen. Nein, der ist nicht allergisch dagegen. Fahr mit deinem Schrott! Die hat Mittelfinger gezeigt. Das gibt Rache. Blutrache. Schneid die. Aha, ausgebremst. Ausgebremst, ausgebremst, ausgebremst. Fahr bitte kein Unfall, ne? Nein. Eurer Auto. Aber ich mach die Haare auch wieder. Ja, du wolltest doch deine Klamotten kaufen. Ja. Dann fahr mir nicht zu Hause, Alter, dann fahr mir Bannys. Oder willst du dein Auto nicht lackieren? Was sollen wir denn für ein Fahrbo machen? Fahrbo. Schwarz. Schwarz? Nein. Schwarz hätte ich den Wagen gern. Oh, wo kommen denn die ganzen Bäume her? Die wurden hier gewachsen. Sind die hier geboren? Kleine Sprössling eingegraben, dann sind sie ganz groß geboren. Wir sind zu schnell, wir haben die verloren. Die sind zu langsam. Wir brauchen, ich brauche was Cooles, Lässiges. Ja, so wie ich Jogginghose, Jeanssacke. Genau, Jogginghose. Geh in den Augenbrunnen und dann kommen die Mädchen. Und ungarische Bartpixern, Schnäuzer. Am Mustache? Am Mustache. Die sind zu schnell. Das habe ich dir schon vor fünf Minuten gesagt. Wir warten hier. Das waren die nicht. Vielleicht würden die anhalten. Ne, wenden. Komm, Auto. Na, guck in den Spiegel. Da. Was war das denn? Das war ein Stein. Sag dir, Ren, hier ist Nachtschicht. Ein Mann halten. Was zum? Da hat jemand Motorhaut auf uns geworfen. Das war bestimmt Juni. Die haben Fenster hoch, die hören uns nicht. Die haben auch Fenster hoch. Nein, ich habe Fenster runter gemacht. Da hat jemand Motorhaut geworfen, ne? Wer wirft mit Motorrädern? Ja, Juni, wer sonst? Ob der ein Motorrad heben kann. Na klar, der kennt seine eigene Kraft nicht. Hol Koga. Hoffentlich Unfall, bitte. Geh los. Bist du bescheuert? Warum sagst du, dass wir einen Unfall bauen sollen? Dann werden Menschen verletzt. Ja, aber Menschen sollen nicht verletzt sein. Nein? Nein. Okay. Jetzt mein Kleiderladen wieder. Oh ne, hier stehen die ganzen Asis. Sollen wir da rein? Nein, nicht hier. Nein. Ich glaube, da sind die Freigepiecher. Warte auf, Jeff K. Der hat nur V3-Moto. Seine Armut kostet mich an. Warum seid ihr da nicht reingefahren? Weil da fregelt's drin wohnen. Da ist der scheiß Junkpack drin. Inko. Mag ich eh viel lieber. Ja, da stinken die Klamotten nicht so in der Furze. Genau. Du musst dich anziehen wie mich. Da waren die Doten drin. Echt wer? Ja, die. Ja, die? Vom Junkie Park. Achso. Ist dir was an mir aufgefallen? Wallah, du hast dich verändert. Boah. Warst du geduscht? Nein, ich hab Augen. Echte Augen? Ja. Warum? Ohne Augen warst du cooler. Ach ja? Ja. Dann mach ich mir wieder keine Augen rein. Kann dir dabei helfen? Ach nee, warte. Ich hab mein Messer nicht dabei. Päris. Hm? Wo finde ich diese Jacket? Jeans. Jeansjacke. Unter Y. Y. Ja. Welche Stelle? Welcher Part? Ja, ganz unten im Karton. Bei Junk, nicht Y. Mila, ziehst du dich auch um? Nee, ich mag zu stinken. Okay. Weil sie stinken muss. Du hast jetzt locker schon fünf Tage in Leder gepennt, ne? Und gefurzt hat sie gerade auch. Gestern Nacht auch. Ich wollte das denn mal verkloppen mit Kopfkissen. Ich war das gar nicht. Na klar, deine Decke ging so hoch. Die Aradine sind deppig. Aber wir können gerne noch in Stunden hierbleiben, wenn ihr das möchtet. Kannst du nicht schnell was finden? Du musst dich nicht umziehen, ne? Wenn du so wie Jack sein willst und seit drei Monaten gleich Klamotten? Ja, nee, aber du sagst auch nicht so was, wie aussieht wie sonst immer. Boah, Mädchen, du hast keine eigene Meinung. Halt die Fresse! Das sieht gut aus. Halt die Fresse! Aber du hast keinen BH. Dann hast du auch mich hinzugucken, junger Mann. Wer, ich? Ja. Ich kenne deine Muckenstiche doch. Ich pisse auf deren Fleck. Genau, ich pisse auf deren Fleck. Scheißdreckengialis. Hose. Bibock. Nein. Du willst wieder Beziehung auf Popel, ne? Ja auch. Gibt's nicht mehr. Was gibt's nicht mehr? Beziehung auf Popel. Warum? Will ich nicht mehr. Oh, das sieht gut aus. Drei! Drei! Da steht ja. Das ist nämlich Rattenarscher. Das ist dein Arscher. Du hast das mir gezupft. Mit einer Pinzette? Genau. Jedes einzelnen Herrchen. Mhm. Ja, aber warum ziehst du dich so einen wie ich? Hast du gesagt. Aber du hast nicht die gleiche Kapi. Mein ist cooler. Und du hast Gold, ähm... Du hast Goldkette. Bling, bling. Ich fahre Bentley, bitch. Okay. Bitch. Du sagst nicht bitch. Sonst kriegst du. Ey, bitch is chill. Ich geh mal lieber aus dem Weg jetzt. Boah. Geh beiseite. Bala, du hast dich verändert. Verdammt, ich hab's falsche T-Shirt runtergezogen. Ja? Brodl. Ey. Willst du sterben? Wallah, du hast dich verändert. Brorein, eine Knarre. Ich hab drei Stücken Jeansack. Ich hab zwei dabei. Ich habe eine. Ich hab eine Knarre. Hä? Ich hab ne Knarre. Mila, hast du ne Knarre? Ich hab ne Knarre. Koldis, hast du ne Knarre? Damit bist du gemein. Ja. Zwei. Guter Trick. Hast du ne Schwimmhose? Mia? Nur Mila. Oh, das sieht cool aus. Oh, die Hose war... Oh, Miniglock. Geil. Zähl doch mal einen Minirock an. Ja, und dann geht es Tennisspielen. Hörtlich doch. Nein, so einen richtigen Minirock. Genau so einen. Ein Minirock. Traust du dich wieder nicht, ne? Da, sowas. Hat sie uns gefreut. Bist du zu feige. Diese Apfelkukeln. Da, sowas. Ja, genau. Britney Spears. Ups, I did it again. Okay. Das traust du dich nicht. Das traust du dich nicht. Bist. Du Feigling. Oh Gott. Dürfst du? Man sieht dein Bad Toasty. Darf ich wenigstens so einen Schwarz? Ja. Okay. Was? Dein Schwarz. Ich hab was... Darf ich's? Egal. Okay. Okay. Mit Bumba-Jacke. EMF auf 5. Das heißt ja. Aua. Was zieht man denn sofort an? Balba. Also. Grüß Gott. Glück auf. Yo, yo. Do you. Servus. Alles gut? Na klar. Schön. Und bei dir? Yo, ich fahr mal ein paar neue Klamotten kaufen, ne? Ja, warte, ich mach dir Platz. Das ist gut. Yo, dankeschön. Kein Problem. Ihr vorbei, friend. Oh je. Aber du siehst doch schon cool aus. Yo, aber nicht cool genug. Meinst du, das kann man nur steigern? Noch cooler? Ist schwierig, ich weiß. Aber ich spekuliere mit so einem rosa Jäckchen, ne? Oh, das ist top. Das hat dieses komische Handmolde-Jazz-Baléla auch mal. Aus der ACHU-Kollektion. ACHU, was sagst du? Oh Gott, oh Gott. Was zieht man den dazu an? Gar nix. Ein Bittini. Oh, die sieht fett aus. Diese Tania. Rosa ist geil, oder? Na, das ist doch Lachs. Lach das Lachs. Mein Papa trägt immer Lachs. Der Butter den auch. Körs, du musst rasieren. Der Bart sieht aus wie gemalt. Der ist geboren. Nein. Okay, ich rasieren den ab. Und du musst dich nochmal blind machen lassen. Ich mach kleine Ziegenbart. Okay. Du siehst gar nicht mehr gruselig aus. Mila, schaffst du's heute noch? Ich hab gesagt, bist du in die drei Stunden? Jo, Frauen brauchen wir ein bisschen länger, ne? Ja, richtig. Ja, vor allem mal noch nix in der Größe gibt. Das ist jemand, der mich versteht. Wie das Bruder. Die Kinderabteilung ist da hinten. Ey. Wie saß wie Tinky Binky. Das sieht doch gut aus. Wolle, wukusche. Wusch. Wusch. Oh, ich glaub, ich hab was Dummes gemacht. Nicht kratzen. Oh, oh. So, irgendwie war da nix für mich dabei, du. Das ist doch was. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hab Angst. Ah, du Zeise. Mila. Frag doch mal die, was du anziehen kannst. Ja, frag die Frau mal. Nee, nee. Vielleicht hilft die dir. Frag doch mal im Rat. Ist schon gut. Junge Dame? Super. Hallo? Sag mal, auf wen gehört denn das Taxi da vorne? Und nicht. Junge Dame. Oh, oh. Da kommt man nicht mehr aus der Tür, du. Die Geilte haben abgeschlossen. Da war Polizei. Hilfe! Mila, du hast alle Zeit der Welt, wir sind eingeschlossen. Demba, ruf die Bullen. Wir werden festgehalten. Geilte Name. Ruf die Bullen. Okay. Bin frei. So Sachen halten. Wir können Sachen für den Rock. Klar. Na klar. Na voll nicht. Gitarren zum Beispiel. Two hours later. das ist die selbe jacke wie viel wir haben mal ein Pamela hier kann man ganz leicht raus kommen kann es euch zeigen und wo geht es euch so schau dich gleich die jungen dame sie haben die türen zugeparkt gut gemacht jetzt sind wir auf ewig gefangen mit ihnen in einem raum jawohl das freut mich es gibt einfach nichts dazu dann frag doch mal die junge dame ob die helfen kann frag die doch mal ich weiß nicht junge dame gibt es Klamotten die man zu einem Rock anziehen kann ja Giffy le Giffy ist ne tolle Marke so was was ich an hab zum Beispiel ne das mach ich nicht ich hab das Kuzifix auf den Boden geworfen ihr habt das auf der Stirn hat nicht geholfen Kördus du solltest nicht so feste werfen das hinterlässt nen Abdruck an den Stirn du bist gebrannt Marc jetzt nein die Frau ist so geboren geboren oh Weihnachtselfmila lange Ohren hast du ja schon wie Spock gar nicht wahr wohl wahr überhaupt nicht wahr die hängen bisschen wie bei Dumbo du hängst wer ist deine Klöchen hier so ab wer hat Klöchen warte mal ich kenn sie doch sie sind doch mit dem Opa Willi Bunga befreundet ja mit Willi du warst doch schon mal mit ihm in der Badebahn in der Frühstiern ja nicht nur in der Badebahn wohl denn sonst der Opa wieder hat die geknudt ja im Bus ganz hinten der war schon immer ein alter Fett so kennt man ihn ich glaub der Opa Willi Bunga ist ein ganz verrückter und die Frau Jutta auch die Oma ja aber so weit von durchgeknallte Viech so ein Freigeld hat die auch schon mal Anstand gemacht ne aber Anstand hat die gemacht beim Dreio letztens beim Dreier? was ist das für ein Spiel? ja im Auto Dreio BW achso und was muss man da machen? ja da sind wir ein bisschen schnell gefahren das fand die nicht so toll da hat die Anstand gemacht achso ich hab gedacht die hat sich beschwert weil die einen Schwanz drin hatte wie bitte? ja gar nichts mehr gehört kannst du mir das erklären vielleicht? ich weiß selber nicht über den Rahmen ich hab jetzt auch oh Nila zähl die Kutte aus Pferdeschwanz ja so ein Zupf was? ja bin ich halt ein Pferdeschwanz woran wissen sie das? die haben geknotet ja da bist du Shepard von Homestead doch hat der sich machen lassen? ja ja der war bei Rancho, ne? aber nicht bei mir da war ich am ich hab nen Ziegenhaar hast du das von Memo? mhm das ist mein Glücksbringer ich hab keine Vagina hast du nicht? nein mhm wai wikiki wikiki Mila, schaust du es heute noch? ne boah Mila bin ich eh eingesperrt? gleich schon wieder Pferdabend nein darf ich bitte einfach nicht das Rockding haben? doch du wolltest das und jetzt kriegst du das ich wollte es gut du wolltest heute ein bisschen lüftig haben du siehst aus wie ne Französin sprich so französisch äh bonjour baguette ähm oui oui je m'appelle Mila geiles Sohn die kommt aus dem Auenland ja die Scharfschütze genau rollkragenpulli rollkragenpullover T-Shirt ja salame ja salame ja salame backofensalame boah wenn wir schon hier drin gefangen sind können wir eigentlich auch ausrauben, oder? die kommen eh nicht hier rein ja hast du ein hast du ein ja da mal mach die Kasse auf eine Waffel? eine Waffel? eine Waffel? nein ja dann geht das auch nicht, ne? nein nee ich hab auch gar keinen Schiff was denn? mein Nacken tut weh kein Grund so zu schein der steif dann musst du massieren du musst Massage machen warum ich denn? warum redet die Frau dir alles nach? ich weiß nicht Hang sie auf damit nackt mi Loholt noch tadaaa das sieht des schicks aus nein das sieht scheiße aus Oh, jetzt bist du japanisch-französisch. Ja. Oder einfach nur hässlich. Oder alles. So auch als wohl. Ob. Ohne Wenn und Aber. Boah, ich spreche gleich zusammen. Warum? Was passiert? Weil das so lange dauert. Ja, oder? Könnte ich mal einfach was anderes anziehen? Du wolltest Minirock. Du hast dich entschieden. Ihr habt gesagt, ich tau mich nicht, aber ich tau mich schon. Aber es gibt einfach nichts zum Anziehen dazu. Was zieht man denn auf einem Minirock an? Ja, keine Ahnung. Ein Hoodie? Ja. Ja? Ja, na klar. Ja, okay. Ja, was denn sonst? Das ist doch normal. Ja. Ich ziehe auch immer ein Hoodie an, wenn ich Minirock habe. Ja, oder? Das, oh mein Gott. Wir zeigen, wo haben wir denn ein Hoodie an schön? Was passiert gerade? Bist du traurig? Es ist so anstrengend. Mein Kopf platzt gleich. Warum? Weil du so lange brauchst. Warum? Weil du eine Frau. Zähl dir gut aus. Weil du eine Frau gehörst. Warum? Du Kräger. Hui. Da, 24, 7 schon. Boah. Ganze Tag gleich schon vorbei. Ja, oder? Aber wenigstens war es geschafft. Boah, du machst das extra, ne? Gleich kriegst du eine Bombe. Mach jetzt fertig. Gibt's einfach nicht? Gibt's einfach nicht? Mila. Was soll ich denn? Was? Ach, was strahlt. Da kannst du, glaub ich, knicken. Ich hab mit dem Dexus geschrieben. Wie der hat was an? Tu mir jetzt natürlich leid so für euch. Aber dann muss das wohl doch eine Hose sein. Blöd. Mila, mach jetzt, bitte. Ja. Beruhig dich doch, Minion. Du bist ja so, als wären wir schon eine halbe Stunde hier drin. Gehst du mir bitte aus dem Weg? Ich stehe neben dir jetzt. Sag nicht, ich stehe vom Spiegel. Nein, nicht du. Ich mein, okay. Danke. Lucky. Wer? Du. Weiß ich nicht. Warum ziehst du jetzt die Hose um? Weil ich eine Hose anziehe. Ach so. Das hättest du schon von einer Stunde. Ich hab alles vollgekackt. Immer noch hier? So. Boah, dann wird ich mich von der Brücke. Ach nee, warte, die Tür ist dazu. Boah, ich raste gleich aus, ne? Was los? Halt die Schnauze. Warum? Weil du das extra machst. Du hast doch letztes Mal schon die... Du bist eine Kählerin. Mila? Eine Kählerin, warum? Ich hab für sowas keine Geduld. Du hast letztes Mal schon die Sachen an, Mila. Ich hab für keine Geduld. Pack da einfach aus deiner Tasche. Genau, geh doch einfach zu deinem Kleiderschrank. Und dann schreib mir mit dem Handy eine SMS. Genau. Und dann gehst du kurz im Handschuhfach rein. Ach ja. Boah, ist das anstrengend. Und in real life ist das genauso, Alter. Ja, ja. Wohin fahren wir so nach? Keine Ahnung, Kidboy. Ich weiß nicht mal, wem der gehört. Wie, wir haben doch was vor? Wir wollten uns in ein Haus angucken gehen. In ein Haus angucken? Boah, der ruft wieder. Ja, willst du dein Auto lackieren oder wolltest du es so schwarz lassen? Schwarz lassen? Ja. Hallo? Hallo, BT. Der ist schon wieder. Was will denn eigentlich immer? Wo bist du denn? Der hat mich sexuell belästigt. Was hat der dich? Ach so, wir sind... Der hat mich die ganze Nacht drüber angerufen. Und hat immer ins Telefon geatmet. Warum hat das keiner bei mir? Mila? Ja? Wann bist du fällig, ich zahle das Geld. Welches Geld? Hallo, Familie, ich habe eine Frage. Der hat sich Geld. Warte, krass, die telefonieren mich mal auf, wenn die Spiele sind. Die sind so dumm. Mach Telefon-Sex wann anders. Schönen Teichner. Hau rein, Bruder, Schwester, oder? Was denn? Geben wir jetzt Benni's Sonne ab? Willst du dein Auto lackieren? Was soll ich denn? Hallo, seid ihr jetzt endlich mal fertig oder was? Halt die Schnauze. Ich kann die Angst um. Was sollen wir lackieren? Können dich nicht lackieren, sonst haben wir ein Auto zu wenig. Ja, dann gehen wir nicht nach Benni's. Boah, endlich frische Luft, Alter. Gib mir einen Schlüssel, ich fahre jetzt zum Haus. Na gut, wir fahren zum Haus, B.T. Boah, ich merke so richtig, wie man Bluthoch schreibt, ne? Das ist nicht gut. Warte, ich such den Schlüssel. Hier. Was machen wir hier? Nimm den Shit. Wo ist der Schlüssel, Auto? Schönen, jetzt sollt ihr im Haus fahren, nur nicht. Wir brauchen ein Auto mit vier Sitze. Ja, wir müssen eins klauen gehen. Wir haben einen Park. Aber uns darf kein... Was? Ich fahr. Dann müssen wir die Autos nochmal da abstellen. Boah, wo laufe ich denn? Ich fick gleich meine eigene Fresse, ne? Ich fahr, Junge. Boah. Sag, sag. Wir brauchen einen Viersitz, da können wir einen Klauen gehen. Ja, müssen wir, aber dann müssen wir die Wagen da abstellen, ne? Oder wir parken die im Park aus. Ja, aber du... Nein, nicht überhört, warum? Wir können die doch da abstellen. Nein, nein. Aber Willy Wonka holt das Auto da abgestellten, bei dem Fall aus, da. Aber welchen Auto klauen wir von denen? Ich weiß nicht. Was für vier Sitze haben die denn? Lass Kinder Jogula nehmen. Keine Ahnung, Komoda oder so. Aber wo stehen die? Ich weiß nicht. Ja, dann geh du mal gucken, du hast kein Parkverbot. Wir fahren da jetzt einfach hin und neben dem Wagen. Nur wenn ich Johnny sehe, schlag ich den Tod. Ja gut, aber dann nehmen wir den Wagen. Aber ich hab keine Chance gegen den, ich bin Schwächling. Ich bin nicht so gut im Kämpfen. Ja komm, wir fahren mal da, wo ich mein Auto geparkt hab. Und dann geh ich um Klauen einfach ein. Bist du angeschnallt, kurz dann gib mir meinen Schlüssel dann wieder. Wait. Was denn? Why do these? Was denn? Du fährst rückwärts. Ja, damit der Tank sich wieder auffüllt. Ach so. Der ist nämlich fast leer. Ja, sag das doch direkt. Als ob du tanken gehst. Was kommt da eigentlich rein? Super, super Benzin Strom. Wo gibt's das? Bei der Worte, Piki. Gib mir gleich ja meinen Schlüssel wieder. Ja. Nerv mich nicht, Uldo. Nerv du mich nicht. Also ja. Die Dioden stehen bestimmt hier im Kreis. Kennst du Thomas die Lokomotive? Da siehst du. Ach du Scheiße. Wow. Alle voll. Boah, da sind noch mehr. Boah, viele Leute sind hier. Alles voll. Wie soll ich da ein Auto klauen, Bruder? Du kriegst auf die Fresse. Ganze Park voll, Junge. Ich kann ein Auto klauen. Ja, warte. Aber Schlüssel lacht. Ich muss ein Schiffgaard rufen. Alter, ist so dumm. Soll ich lauf? Schiffgaard, das wird ein bisschen schwer. Da sind ungefähr 70 Leute im Park. Okay, red nicht mit mir. Redet. Das ist ein Dummer. Da hinten sind noch Nutten. Ich weiß jetzt. Nutten? Hast du gesagt? Hure. Nee, ist er nicht. Was ist das da für eine Autos, schwarze, große? Mages. Ja. Alter, das sind Toros. Ich weiß aber nicht, ob ich Schlüssel habe. Warte, ich gucke nach. Boah, ich weiß es auch nicht. Hast du Schlüssel? Wollen wir probieren? Ich habe von Drogentoro. Ja, aber ich glaube, das ist der nicht. Der Drogentoro ist das Grunen oder so. Oh, no. Hallo? Was habe ich noch? Was denn? Warum redet der nicht? Wo sind die ganzen Jogula? Wer redet nicht? Du! Du hast nicht geredet. Die stehen da vor irgendwo, glaube ich. Bei dem magischen Umgang. Aber du kannst da nicht einfach hingehen. Soll ich da einfach hingehen, die Umbretter mit Auto? Ich bin nervös. Was habe ich noch? Haben wir den vom Tor aus nicht? Von dem nicht? Warte, wir fahren zur Parkgarage. Da sind Autos immer eingepackt. Dann klauen wir da jetzt. Dambar? Ja? Was denn? Nix. Warte kurz. Was ist denn im Werkrand? Weiß nicht. Ja, sonst ist hier nix angepackt. Verdammte Scheiße. Dann müssen wir es tun. Oh, da kommen schon die Bullen. Die haben Bullen gerufen. Hast du Schlüssel? Ja. Vom Toros oder so oder von einem Komoda oder Jugula? Jugula. Eins. Drei. Drei. Und von einem Revolter und einem Komoda. Hier ist nichts eingepackt. Echt nicht? Nein, nur so. Quatsch. Dann hör mit zu. Ah, der Clown-Van. Also, ich habe drei Jugula, einen Revolter, ein Komoda. Ja, aber das ist ein Jugula ohne Kennzeichen. Damit können wir nicht umfahren. Ocelot. Dann halten wir uns an. Aber hier ist der Clown-Van. Ocelot. Sollen wir mit dem Van fahren? Ocelot könnten wir. Ja, dann hol den Ocelot raus. Das Jugula Ocelot. Nein, Ocelot. Keine Fahrzeuge vorhanden. Oh. Hol den Ocelot. Ich hole den Park Ocelot. Was? Warum im Park? Ich dachte, er ist eingepackt. Boah, ist das ein dummer Idiot, ne? Und jetzt rennt er außen rum. Warum? 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 Da platzt mir der Kopf. Aber ich habe den jetzt hier abgestellt. Okay, dann steh ich den kurz hin. Und jetzt rennt er allein im Park, der Idiot. Und jetzt rennt er allein im Park. Ja. Boah. Wenn die auf den schießen, dann gehe ich dahin. Ja. Ach du Scheiße. Da kommen Leute. Hä? Da kommen welche. Guck, die gehen nicht so über die Straße. Das sind auch echt viele, ne? Wegrennen oder hierbleiben? Wollen wir nach oben laufen? Ja, lass doch. Da kommen wir nach oben. Eigentlich dachte ich, wir gehen in den ersten hier oben. Aber Mila geht jetzt ganz nach oben. Boah. Wo rennen die denn hin? Ich habe mich verlaufen. Wo ist die hin? Oh, da hinten. Wie können wir schneller sein als du? Ich habe noch geguckt. Du hast geguckt. Warum rennen wir überhaupt weg? Ich weiß nicht. Du hast gesagt, lass wegrennen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit Joni mache. Ich weiß nicht. Wir sind mal, dass wir oben sind. Wir fahren hoch, oder? Wer kommt hoch? Wer Autos hier rumfahren? Und ein Auto? Oder raus? Hast du ein Auto? Wo bist du? Wir sind ganz oben auf dem Parkdeck. Gumm. Hast du einen geklaut? Der hat, glaube ich, ein Auto. Okay. Der ist da echt hingegangen. Da. Der hat einen Jugula geklaut. Lachsam. Lass mich fahren. Ein Meisterdieb. Hast du den Jugula geklaut? Ja. Guck mal auf Kennzeichen. Unzuladen. Ja, lass mich fahren. Ich weiß, wo das Haus ist. Weißt, wo dein Haus wohnt. Hat keiner was gesagt? Nö. Haben wir nicht gesagt? Ja, fick den in den Junkie Park. Wir haben hier Autos jetzt. Warte mal, bevor wir... Wir waren alle am Tanzen. Wir haben gar nichts gecheckt. Erst mal im Kopf rumgucken. Gute Idee. Oh, zwei Knarren, Munition. Du musst ihn tanken. Noch mehr Knarren. War klar. Ja? Da sind ungefähr vier, fünf Knarren drin. Cool, dann kann ich mir auch noch eine nehmen. Korrekt, dann können wir heute arbeiten. Geil, Geld machen. Wir müssen tanken. Ich habe jetzt den Anfang für unsere Organisation gegründet. Die Raupen? Die Raupen? Die Raupen, die Rauben. Die Rauben und Rauben? Die neue Nachtschicht ist weg. Wir sind jetzt die Mittelnachtschicht. Wir sind jetzt die Frühschicht. Jetzt tanksteller. Jetzt brauchen wir noch Maske. Und Schwimmhosen. Ich hoffe, dass der Benzintank. Ja, die tun auch immer in meinen Benzin, äh, Schwimmhosen. Und immer noch in der Badehaube. Ich habe fast gekratzt. Sag, mach nochmal. Ich zahl. Du zahlst. Wir brauchen erstmal eine Gegend, wo unsere Raupen-Gänge abhängen kann. Und JFK und ich wissen schon, wohin. Wir besetzen einfach ein Haus. Wenn da jemand wohnt. Endlich raus aus dem scheiß Ghetto. Wird auch Zeit. Genau. Ja, außerdem stinkt das davon Käse. Ja, das lass Baumhaus bauen. Nein, kein Baumhaus. Nein, wir holen uns ein kleines Billerchen. Ja, das kriegen, geben wir das Auto zurück. Nun, das ist unser. Sonst weißt du noch, wo wir 16 waren, wo wir ein Auto pink lackiert haben? Wo wir Ärger bekommen haben? Ja, sollen wir das pink lackieren? Ja. Wir haben eine. Wir fahren gleich noch ein Benzin und machen das rosa. Ja, wir haben eine umsonst. Aber wenn das zu lange dauert mit der Lackierung, dann nicht. Der dauert drei Stunden, sagt er. Nö, das dauert mittelange. Dann machen wir das nachher. Wo war das denn mit JFK? Wir haben eine super Haus gefunden. Irgendwo da oben beim Golfplatz. Ich habe auch einen Schlüssel für irgendeinen Neon, aber ich habe den nicht gefunden. Ich wollte erst den mitnehmen. Ich habe mich ganz in Ruhe umgeschaut. Das war hängen von vorne. Oh mein Gott. Gehen weiter noch. Eine weiter noch. Okay. Und dann rechts. Ich glaube, da wohnen noch keine. Aber das ist super, 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 super Haus. Ist da kein Gang Gang? Nö. Da kommen nur gehobene Leute. Gehobelt, was? Das. Hier vorne. Das ist ja links. Was? Oh, Chick-Chin, die kennen uns schon. Oh. Hier wohnt doch keiner. Ist so. Niemand. Hier wohnt keiner. Nein. Ach, sind die Autos im Preis dabei? Das sind nur so Pappaufsteller. Ach so. Wie ein Stadion bei Fußballspielen. Wir sind die neuen. Verpisst euch. Wo kann man denn Häuser kaufen? Da ist kein Wasser drin. Da ist kein Wasser. Da ist nur ein bisschen Wasser. Da kannst du durchschwimmen. Reicht. Da muss man den Architekten fragen. Der kennt sich doch bestimmt aus. Warum wegen Wasser? Wir machen einfach Gartenschlauch rein. Nein, wegen Hauskaufen. Ach so. Sollen wir mal zu dem Chain gehen gleich? Wem? Ich habe seine Nummer, nicht? Aber ich weiß, wo du wohnt. Ja. Ja, der Architekt. Ach so, ja. Wir fahren da gleich vorbei. Cool. Da ist voll hübsch hier im Pool, ne? Ja. Aber das kostet bestimmt viel Geld. Aber nicht, wenn wir nur im Pool wohnen. Ist doch. Wenn wir Plane drüber machen, reicht. Undercover quasi. Eine Höhle in der Höhle. Hier will ich mich zur Ruhe setzen. Kein Bock mehr auf das Ghetto. Auf der Treppe? Nein, hier in dem Haus. So. Findest du nicht schön? Ich nehme da lieber ein Sessel für. Da habe ich sogar ein eigenes Zimmer. Ja. Und deine Ballrunde. Bei der Garage hast du ein eigenes Zimmer. Genau, du pennst da hinten im Pool aus. Kann ich so laut die Musik machen? Warum fickt euch einfach, ihr Wichser? Warum? Warum seid ihr immer so zu mir? Ich habe euch den Grundstein zu waufen besorgt. Und nämlich werde ich gar nichts. 50 Prozent. Nee, Schwarzwasser will er. Finde ich ein bisschen zu heftig, Alter. Hallo, Simba. Ne, mir die Schlüsse sind da. Ja, der John hat am Samstag den letzten Besor gehabt. Da war ich ganz kurz im RP, als ich gedeutscht habe. Und habe den einfach abgegeben. Hallo? Ja? Am 5.12. kommt der Waffenhändler wieder. Er ist am Heiraten. Wieso? Krass. Was hast du? Warte mal. Was hast du gefunden? Einen Grabstein. Wo? Na, da unten. Das ist doch kein Grabstein. Ach, echt? Das ist Kunst. Das ist eine Wasserfonteine. Das ist gar nicht wahr. Das habe ich gebowlt. Er ist ein Toter. Oder viel. Ein Familiengrab. Das ist kein Grab. Du hast verfluchter Grund hier. Wer ist verflucht? Verfluchter Grund. War er hier in Janafriedhof? Maybe. Boah, geil. Wo er weiß? Aber das ist nicht der Architekt, ne? Ist das Friedhof der Kuscheltiere? Ja. Hallo, Juri. Was geht ab? Du bist nicht der Architekt, Juri, ne? Ne. Aber du bist auch in den Juri? Ja, ich habe auch mit dem zu tun. Oder hatte vielmehr. Habt ihr keine Freunde mehr? Doch, doch, doch. Auf jeden Fall. Aber wir haben im Moment weniger Kontakt. Habt ihr euch zerstritten? Nö. Ich habe mich zerstritten mit meinen Freunde. Mit wem? Mit meinen Freunden. Und Familie. Warum das denn? Weil das Penner sind. Ah. Das sind dreckige Schwaneslutscher. Hey. Passiert. Man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf. Ja, das stimmt. Leider. Du bist doch schon ganz lange lustig. Ja, relativ. Was? Was? Hast du mich beleidigt? Hey. Warum? Hä? Warum sollst du dich beleidigt haben? Du hast negativ gesagt. Hä? Ich habe nicht mal ansatzweise negativ gesagt. Lüg mich nicht an, Paul Blatt. Lüg mich nicht an. Ich hatte von dir gerade, ja. Ich bin jetzt mit meinen anderen Freunden auf der Suche nach einem Haus. Ja. Und wir haben auch eins gefunden. Wie kauft man sowas? Du gehst erstmal hin. Hast du einen Rusty Rebel? Einen Rusty Rebel? Ist ganz wichtig, dass es ein Rusty Rebel ist. Nein, das ist eigentlich scheißegal. Steckt das Ding mit euren Autos ab. Und dann gehst du zum DOJ und beantragst da die Urkunde dafür. So einfach? Ja, vorerst. Also du hast dann ein Vorkaufsrecht. Er steigert, was auch immer. Aber bei diesem DOJ ist nie jemand. Ja, das ist das nächste Problem. Kann ich nicht einfach zum anderen Durik gehen und so einen kleinen Auftrag machen? Nee. Weil der macht das auch nur. Ich meine, der kann das wahrscheinlich auch für dich so machen. Keine Ahnung. Ich denke mal, ihr habt ja auch so ein bisschen Kontakt. Meinst du, der macht das? Ja, schon. Aber ich glaube nicht, wenn es nicht dir gehört. Weißt du? Ja, aber wir können ja so tun. Also ich kann ja so tun, als würde es mir gehören. Und dann gebe ich den kleinen Auftrag wie Pool umbauen. Und kann die Polizei dann sagen, wenn das nicht mein Haus ist, warum kann ich dann hier einen Auftrag machen? Ja, ich glaube, dabei geht es gar nicht um die Polizei, sondern wirklich um Juri, weil er die Besitzurkunde haben will. Also nicht Besitzurkunde, sondern hier Erstkäufer-Dings. Kann der Juri nicht sowas besorgen? Der ist doch so ein Fuchs. Das müsst ihr ihn fragen. Das kann sein, dass er das kann. Meinst du, der ist zu Hause? Wo ist denn das Objekt? Ich weiß nicht, ob der da ist. Okay. Da ist meistens aber eigentlich schon alles belegt. Ja, aber mir egal. Selbst wenn die nur Urkunde haben. Ja, dann können sie halt rechtlich dagegen vorgehen. Das ist halt wieder das Problem. Ich meine, euch ist das wahrscheinlich scheißegal, aber dann habt ihr auf jeden Fall Kopf da vor der Tür stehen. Dann lasse ich sowas fälschen. Ja, kannst du auch. Ich fahr mal zum Juri, ich frag den mal. Also zum Angeln, Juri. Ja, ja. Du bist auch in den... Und ihr seid noch vom Hotel, ne? Äh, ja, ja, genau. Da, wo du, äh, die 100 Joints verkauft hast. Und sonst ist alles gut bei euch? Ja, doch. Und bei dir? Und auch. Außer das mit deinen Freunden? Ja, nur das blöd, ne? Ach. Aber ich mach jetzt mal eine eigene Clique. Wir sind nämlich die Raupeln. Die Raupeln? Die Raupeln. Also wie Schmetterlinge, nur Raupen. Davor. Wir sind brutal gefährlich. Ja, davor ist doch Kokon. Nein, davor ist nicht Kokon. Nicht? Nein, der Raupe, Kokon und Schmetterling. Hast du nicht aufgepasst im Mattenunterricht? Ja, aber du hast gesagt, nein, davor, also vor Schmetterling. Also seid die Kokons. Nein, wir sind die Raupeln. Ja, okay. Ja, dann, äh... Meinst du, der ist zu Hause? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Weil ich hab wohl seine Nummer, nicht? Ähm... Ich hab den das letzte Mal eine Geiselnahme in seinem Haus gemacht. Okay. Aber der weiß davon. Äh, warte mal. Nee, 185 ist, glaub ich, die Leitstellennummer bei denen. 185? Na. Der hat eine Leitstelle? Ja, ja, der hat ja... Das ist ja sein Geschäft. Oh. 185? Ja. Okay, ich versuch mal anzurufen. Alles klar. Dankeschön, Juri. Jo, mach's gut. Tschüssi. Das ist ja ein Problem. Was denn? Der Leon hat mein Auto als Geisel genommen, weil du das hast im Parkhaus stehen lassen. Na, ich hab das geparkt da. Aber der hat einen Schlüssel davon. Na und? Wir haben einen Schlüssel von Joghola. 1, 8, 5. Von denen hat jeder Joghola oder Schlüssel? Nein, 5, 5, 5. 1, 8, 5. Komm, da ist jemand nach dem, die Straße gelaufen. Da geht keiner dran. Wir müssen da hinfahren, komm. Komm. Der Rest. Ach, keiner mehr da. Siehst du was? Hm. Wir brauchen einen Vorkaus. Wir brauchen einen Vorkaus. Recht beim D-Wort. Curtis? Hm? Ich hab da so ein Gefühl, was dir so in der Wilder getrieben wird. Was denn? Komm mal mit. Schwein rein? Der glaubt jetzt nicht wirklich gleich zum Hinterherren. Ich bin der OG hier. Hab ein bisschen Respekt. Chris, mein Ropenring. Ich bin zweiter OG, ne? Ja. Stellvertretende Leitung. Dienststelle. Krieg ich auch eine Dienststellennummer? Ja. Ja, hello. Drei. Drei? Was denn? Was wolltest du besprechen? Guck dir mal das Nummernschild von dem SUV hier an. Okay. So ein Ding ist das hier. Komm, wir fahren zum Uri mal vorbei. Okay. Man braucht ein Vorkausrecht. Aber das besorge ich uns. Ich lass das fälschen. Ich hab Kontakte. Können wir nicht einfach eins kaufen? Ja, wahrscheinlich wurde das schon gekauft. Meinst du? Aber ich besorge das. Ich mach eine Fälschung. Ich mein, du kannst auch Demba losschicken. Und der fragt einfach. Und wenn das schon verkauft ist, dann fälschen wir. Hat DOJ ne Nummer? Boah, normalerweise müssten die nur Jürgen haben. DOJ? Aber wie? Haben die nicht irgendwas? Oh, da geht jemand dran. E-Pam und du hast das, Colonel Blake. Schönen guten Abend. Wie kann ich helfen? Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Curtis. Ich hab eine Frage. Ja, stellen Sie Ihre Frage. Ich wollte ein Haus kaufen. Mhm. Und mein Freund Juri hat mir gesagt, man braucht ein Vorkaufsrecht. Und dass ich das bei Ihnen bekommen kann. Genau, das ist korrekt. Derzeit können Sie meines Wissens noch keine Häuser wirklich kaufen, da kein Makler hier tätig ist, sondern nur das Vorkaufsrecht bei uns erwärmen. Das ist korrekt. Und woher weiß ich, ob die Immobilie schon vielleicht vergeben ist? Ähm, Sie können eine Verfügbarkeitsanfrage bei uns stellen. Die kostet 2500 Dollar pro Objekt. Ja. Da brauchen wir einmal von Ihnen einen formlosen Antrag. Das heißt, Sie schreiben einfach nur kurz zwei Sätze, dass Sie sich für die Verfügbarkeit von diesem Objekt interessieren. Dann einmal Ihren Namen dazu, Ihre Telefonnummer. Dann brauchen wir ein Foto von dem Objekt selber und ein Foto von Ihrer Klappkarte, wo das Objekt sich befindet. Gegebenenfalls auch Postelcode, wenn vorhanden. Ja. Dann kommen Sie zu uns hier ans DOJ. und dann können Sie die Verfügbarkeitsabfrage hier abgeben, zahlen die Gebühr. Dann dauert das circa drei bis fünf Tage und Sie kriegen von uns Bescheid, ob das Objekt noch frei ist oder nicht. Okay. Dann mache ich das. Alles klar. Dankeschön. Dann überschieden und schönen Abend. Kein Problem. Tschüss. Gleichfalls. Boah, man muss denn... Hade, bumm, hap... Hallo. Der Ohrenschmalz klebt in meine Hand. Hade, bumm, hade. Man muss so einen kleinen Antrag schreiben und dann prüfen die das. Kostet 2.500 Dollar. Peanuts. Auch das prüfen, selbst wenn man das nicht bekommt? Ja. Das ist ja irre. Aber das ist doch kein Geld. Wir fahren trotzdem zu dem Weg. Ja. Bis ins ist nichts für mich. Warte mal, wo in der Nummer? Wo ist Tyrell, ne? Oder? Du hast gesagt, du weißt, wo der wohnt. Ja, ne Villa, glaub ich. Du Trottl. Ich glaube. Aber ich glaube. Wenn... Wenn das schon verkauft ist, müssen wir was fälschen. Ich mach das. Bin Künstler. Und die Besitzer umlegen und verschwinden lassen. Mach das. Bin Mörder. Ich hab'n Leichenwagen. Das passt. Offiziell. Wir sind so ein gutes Team. Genau. Aber können wir jetzt einfach dahin gehen und anschauen? Die sind schon ziemlich reich, ne? Ja. Ja, da kann man doch nicht einfach hin, oder? Der hat auch Wachhunde und so. Weiß nicht. Kenn die nicht. Da ist kein Problem. Der hat immer Liffi-Wurst dabei. Liffi-Wur. Da oben wohnt er. Auf dem Berg. Da oben? Boah. Oh, mein Gott. Oh, der hat bestimmt viel Geld. Der hat ein Aquarium in seinem Büro. Der Boden ist ein Aquarium. Wow. Der Boden? So was will ich auch haben. Können wir gleich mal Alkohol festmachen, Gerdes? Ich habe nichts getrunken. Können wir auch so nach Kaule kommen? Da oben wohnt er. Mit einem Haifisch drin. Na klar. Und ein Pottwahl. Oh, der hat einen eigenen Drachen. Was für ein Drache? Der zum Fliegen. Ah, nee, das ist Sonnenschirm. Nee, ein Pottwahl. Vielleicht ist der jetzt zu Hause. Ja, Schelmer. Okay. Hat geklingelt. In des Fahrtos. Warum fährst du gegen das Tor? Da ist es doch aufgegangen. Alter, das ist zu. Was quatschst du da? Vollidiot. Das ist nicht fein, ich hier mit Jogginghosen zerstörter Outland zu kommen. Oha, da bin ich nicht in meine Hand. Da kannst du Juri rufen. Juri. Ganz laut. Juri. Das ist ein Klingelgeschäft. Ding Dong. Pläst die Tür auf. Hier sind die Sternensinger. Ist abgeschlossen. Muss klopfen. Wieso darf ich raus? Hier sind die Sternensinger. Hallo? Bämme, bämme. Ich gehe mit meiner Lateine. Gebt Geld. Nur ein bisschen, bitte. Wenn nicht, besorge ich die Nummer. Hier spricht das Los-Handt. Police Fire Department. Mein Name ist Uwe Nickel. Die Häuser nehmen an, brennen. Die Nachbarschaft brennen. Bitte verlassen Sie das Haus. Aber lassen Sie die Tür auf. Da dreht sich der Power im Grab um. Ich gehe durch die Fenster klutschen. Nein, nicht lutschen. Lüschen. Nee. Hallo? Boah. Boah, guck mal da unten. Alter, das Aquariumboden. Voll cool. Was zum Teufel? Hier ist ein Fenster. Ich kann von hier oben bis ins Meer runter gucken. Hallo? 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 Alles abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Ich glaube, seine Nummer ist falsch. Warum? 1-8-5 geht nicht. Hä? Kannst du mir seine normale Händin mal geben? Ich weiß nicht, ob ich die einfach so rausgeben darf. Okay, kannst du versuchen, ihn anzurufen? Ja, klar, kann ich machen. Mach ich sofort und dann melde ich mich bei dir. Dankeschön, Juri. Kein Problem. Tschüss. Bis dann. Das ist einfach so brutal hier, die Villa, Alter. Leck mich im Arsch. Hallo? Guck mal, der Tal... Guck mal. Guck mal. Guck mal, wie cool. Metall. Nein, nicht Metall, Glas. Ja. Ich hab an seine Scheibe geleckt. Warum hast du an seine Scheibe geleckt? Ich wollte wissen, ob die kalt ist. Und? Leck mal an der Scheibe da am Boden. Nein, das stinkt. Schaust dich nicht, ja? Er leckt dran. Wollt wissen, ob die Scheibe echt ist. Hier in 20 Grad glas. Der andere ruft den in den Saal. Und guckt, ob der da ist. Ob der da ist. Was macht die? Die hat eine Waffel in der Hand. Was ist denn das für ein Auto hier? Was ist denn das für ein Auto hier? Was ist denn das für ein Auto hier? Das sieht voll heftig aus. Manta. Das ist irre kacke. Machst du da? Ja, was? Milda, was macht... Boah, guckt euch den Ausblick an. Geil. Ich hab gespielt. Mit wem? Mit den FIB da hinten. Was für ein FIB? Da ist doch der Tower, oder nicht? Da ist die Armee. Armee. Ihr sterbt alle. Puh, Puh. Ich bin getroffen. Ja, du loser. Denk dich nicht mit mir an. Puh, Puh, Puh. Oh nein, sie hat uns alle gestört. Ja, jetzt bin ich die Macht. Was zum... Ich will nicht mit der in einem Haus wohnen. Mein EMF-Gerät ist auf fünf gestorben. Ich ruf Jeff an. Milda muss sofort in Therapie. Notfall. Was hat die denn geschluckt, Alter? Außerdem malt die gerne in Büchern. Sprich gerne übers Radio. Das weißt du, worauf essen können. Was macht die? Ey, was machst du da? Was machst du? Nicht mit dem Auto wegfallen. Warum? Wir müssen kurz warten. Aber meine neue Wohnung da hinten. Was? Pack die Knarre jetzt weg, Vibe. Boah, die ist mir aber in meinen Schuh gefahren. Was zum Teufel. Zum Glück kriegst du mal Clown-Schuhe. Warum? Mila, hast du heute Tablette genommen? Was tust du? Weil du bist ganz komisch. Hast du deine Erdbeer-Wache? Äh, äh. Nein? Nee. Du? Nein, das war Tomatensaft. Ich hab dich doch letztens auf Erdbeer-Feld gesehen. Ich hab das nur mit jemandem gequatscht, aber... Ja, ein bisschen quincen mit Jax, ne? Ja, ja, schöne Driftpommes. Gar nicht wahr. Was ist denn heute mit dir los? Warum lachst du so komisch? Ähm. Ich bin wahnsinnig manchmal. Kerl, dass das bedeutet, du musst was tun dagegen. Warum? Du gehst in Talapie. Warum? Weil du dir schon anfängst, selbst die Haare zu schneiden. Guck mal, dein Pony. Hast du mal deine Bastelschere geschnitten? Oh, wo ist ein Pony? Hallo. Ich wollte das nicht. Ich kann gern wieder zurück, dann mach ich mir wie Zipfchen. Der eine Juri ruft jetzt dem anderen Juri an und dann sagt dir mal Bescheid, ob Juri da ist. Ich hab dann sicher keine Juri. Welcher Juri sagt dir Bescheid? Der Drogenjunkie. Ach, der andere Juri, nicht der... Okay. Doch, ne, Kares? Nee. Was machen wir jetzt mit dem Park? Sollen wir Juni empführen? Meine Hose ist dunkler als deine. Wir können... Wir können Diveball machen. Hast du gesehen, wie viele Leute ballen? Ja. Fünf Millionen. Ja, so ungefähr 70. Ist doch egal, wir machen Turb und dann geht's ab nach... Und dann finden die uns niemals im Leben mehr wieder. Na klar, Dumbledore verpäst du uns. Nö, der ist mit Freund. Der macht dann... Du weißt doch, Harry ist unser Cousin nur in Weiß. Das drück Auge zu. Dein ganzes Geschehen. Und wie willst du an Juni rankommen, wenn da so viele sind? Wir locken den. Wir knallen einfach alle ab. Und wie? Der macht sich ein Schwanzkostüm an und dann rennt Juni die Mäh hinterher. Ja. Ich blamiere das Image vom Park. Die haben kein Image, Bruder. Sind wir jetzt da, Bruder? Mein Cousin. Du hast gesagt Bruder. Ja, Bruder so. Oder Cousin. So ein bisschen von... Das ist eine interessante Familie. Von einer App drinne. Boah, wann ruft der denn an? Genau. Jetzt. Im Glück bin ich nicht so ungeduldig geboren wie du. Sag der, der 17 Tattoos am Hals hat. Alle übereinander. Ja, du hast 16. Schlaf ruhig ein, denn... Nein, das sag ich jetzt besser nicht. Wir müssen echt an unsere Klicker abhalten. Ich hab Büro. Ich hab Büro. Können wir im Büro drüber sprechen? Oh. Ich hab Schritte gehört. Vielleicht war der im Schlafen. Dann klicken wir noch mal. Löschen. Löschen. Wen löscht du da? Mila? Ja? Was löscht du? Löschen. Mila? Ja? Du kannst doch nicht einfach Leute löschen. Warum? Stell dir vor, du löscht aus Versehen uns. Dann sind wir weg. Oh, oh. Löschen. Das ist mein Markezeichen. Chat, seid ihr schon müde? Mir ist langweilig. Lösch. Der soll anrufen jetzt. Wir müssen wen abknallen. Was löscht du? No man. Ach so. Boah, die Wolken sehen voll schön aus. Ja. Ja. Zofti. Löschel. Ich bin kein Zofti. Ich versuche uns nur ein neues Zuhause zu bauen. Ich hab uns schon aus dem Wissen. Und ihr seid so undankbarer Wichser. Ja. Auf Wolken kann man nicht bauen. Wohl. Löschel. Nee, da fällt man durch. Ich hab doch gesagt, lass Baumhaus machen. Dann bekommst du Durchfall. Ja, aber für den Baumhaus müssen wir breiter verteilen. Ja, ist doch nicht schlimm. Dafür sind wir doch geboren. Ja. Ja, Mila. Ich muss den jetzt nur malen. Ja. Löschel. Ich erreiche ihn auch nicht. Okay, dann schläft er bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Okay, danke. Ja, kein Problem. Tschüss. Ciao, ciao. Toll. Der macht Haar. Geben wir jetzt einen Starnitoten. Ich denke schon die ganze Zeit drüber noch. Was wir mit dem Wichser machen. Lass doch erstmal Autopink fallen. Dann ist es in Warnung. Ja, aber dann braucht es drei Stunden, uns zu trocknen. Dann haben wir kein Auto. Es geht um die Message, du Holz. Hä? Gefährlich. Wenn wir das jetzt da hinbringen und lackieren lassen, dann haben wir kein Auto. Nein. Ja, aber dann musst du ein neues Auto klauen. Oder du gehst ein neues klauen. Kein Problem. Okay, dann fahren wir hin. Ich lass dich dann in der Nähe vom Park frei und du kommst mit dem neuen Auto in Bennys. Ja, du musst mir nur meinen Schlüssel zurückgeben. Wir brauchen einen Viersitzer, ne? Regle das. Da. Danke. Fuck my life. Penna, Juri, mal am Schlafen. Du wolltest Lucky sagen, ne? Nein, lass mich durch. Ganz klar, lass mich durch. Wollte ich nicht! Fick die Hecke. Fick die Hecke. Fick die. Vielleicht kommen wir nicht mehr weg. Fang den Schmetterling. Ich hab ihn gewessen. Also, was wollten wir machen? Auto klauen. Das bedeutet Krieg dann aber ne Körse. Brumm. Weil wir haben seine Farbe, sein Fleck beschmutzt. Wenn wir heute nicht mehr Juri reich machen, das zeige ich für den Diorot. Ja. Bist du Eis am Esseln? Nein, ich kisse meine Hand. Ich übe schon mal, wie andere das machen müssen. Wen hast du dem Vorzug knutschen? Nein, die müssen mein Hand kissen. Die können entscheiden. Entweder den Faust von Ziegelstein Faust oder den lachenden Hand. Von was redest du? Wenn die dann nicht spuren, dann gibt's Brettchen. Dann nenne ich mich Two-Face. Ein Ziegelstein-Haus bedeutet Tod. Ein Ziegelstein-Hand. Ein Smiley-Hand bedeutet gut drauf. Kannst mit mir reden. Boy. Bist du traurig? Nein, ich dachte immer, ich laber viel Scheiße. Lachst du oder weinst du? Warum bist du traurig, Curtis? Ich bin da auf deiner Seite. Ich bin nicht traurig. Bitte wein nicht, Curtis. Da muss der immer nämlich auch weinen. Mila, machen wir Freundschaftstattoo an rechter Arschbacke? Ich dachte, wir haben Mila vergessen. Nee. Ich lasse dich jetzt im Park aus, ne, oder? Ja, lass die Hunde los. Ich hab schon perfekte Ausrede. Was denn? Sag ich dir nicht. Ist mein Meisterliebgeheimnis. Kommst du wieder nach Bannys? Code Green. Ich warte erst, bis du nach Bannys kommst, bis du mein neuer Auto. Code Green. Was meint er mit Code Green? Keine Ahnung. Der hat das letzte Mal schon gesagt. Echt? Aha. Das ist dann Code Green für... Für... Die, die da hochlegen. Warum ist denn so viel Polizei hier? Wollt's nicht. Alles voll mit denen. Nee, nee, auch so. Lass kurz so viel Dämmen aber halt dann. Ja. Äh, hallo Bullwahl und dankeschön für die Wii-Subs und Subs, die reingekommen sind. Ich guck mal, ob ich die gleich vorlesen kann. Das Ding mit der Waschstraße ist, dass dafür gecodet werden muss. Und Unity hat nur einen, ich würd mal sagen, richtigen Dev, der sich da um Sachen kümmert. Ich glaub, der arbeitet momentan an den Teams-Suite-Problemen. Wenn wir das Haus jetzt bekommen, ist das dann ein neues Zeitalter? Was? Ein neues Zeitalter für uns. Weiß nicht. Cool. Ich muss erst mal rausfinden, was wir machen. Und Johnny muss nur bestraft werden. Das steht eigentlich an der ersten Stelle. Boah, du kannst dich an den anschleichen und von hinten die Hose runterziehen. Dann steht der nackig da. Und alle lachen. Das ist aber ein bisschen ernst, Djivke. Mila, bist du heute nicht gut drauf? Ich warte die Stimmung ein bisschen ablockern. Willst du im Trailer schlafen? Ja? Willst du im Trailer schlafen? Warum? Weil du wirkst müde und scheiße gelaunt. Du Schwanzlutscher. Ich bin nicht scheiße gelaunt. Okay. Ich frag doch nur. Ich kümmere mich um meine Clique. Ja, aber ich hab doch nichts gemacht. Ja, das ist es ja. Ich verstehe nicht. Sonst bist du immer gut drauf. Und mach's ha-ha-hi. Gleich fahr ich nicht nach Hause, Frau Leid. Nee. Du? Äh, äh. Dann laufe ich weg von zu Hause und schreib einen wütenden Brief, dass ich mich umbringen gehe. Obwohl ich das gar nicht vorhabe. Dann komme ich zurück. Okay. Ja. Boah, ist voll anstrengend. Können wir das überspringen und kommst gleich zurück? Aber das geht nicht. Doch, klar. Ich hab das gelernt aus der matischen Teenage-Ap-Serie. Gleich fahr ich dich zum Trailer. Warum? Weil du schon wieder in den Zicke bist. Das nicht wahr. Du wirst den Tag nur rumzicken. Gar nicht. Bist du wohl? Nee. Da ist schon wieder. Da ist schon wieder. Hey, ich bin... Oh. Oh, jahle. Das war ein Witz. Du musst lachen. Die Kleine hat den Witz nicht verstanden. Okay, Demba kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, der wird verhaftet. Oh. Ja, Tag, hallo. Ja, wurdest du verkloppt? Nein. Ich komm jetzt gleich. Okay. Ich brauch nicht mehr lang. Ich hab Schlossfass geknackt. Tag zusammen. Okay. 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 Der ist gerade in den Schloss am Knacken, obwohl der einen Schlüssel hat. Ich stelle keine Fragen. Und dann hat der zu jemandem gesagt, Tag zusammen. Ich dachte eigentlich, das wäre lustig. Warum will ich kein Lachen? Ach, wir sollen lachen? Nee, jetzt ist das schon vorbei. Authentischer. Das muss echt klingen. Bitte töte mich später nicht. Lacht nochmal. Du, Mila. Dann kann ich auch nicht mehr. Wenn ich einen Witz mache, musst du lachen. Lach jetzt, Mila. Das steht so ein Vertrag. Du hast beendet den Vertrag. Oh Gott. Warte, Kraft 52. Warum weinst du? Du sollst lachen. Ich weiß nicht. Ja, es soll ja stimmen. Der Lach. Ja. Oh, der Damba hat noch einen Jokolade besorgt. Wie viele haben wir davon? Pack den Damba. Oder so. Gleich können die nirgends so mehr händen, die haben keine Autos mehr. Ich habe noch mehr Schlüssel. Ich bin Meisterdieb. Ja, ich habe noch mehr Schlüssel. Ich bin Meisterdieb, ne? Ja, du wolltest ja nicht hören. Ja, komm, pack die Karre, wir gehen das ja lackieren. Pack dick. Pack dick. Was für ein pink nehmen wir, ein knalliges oder so ein Bibi-Rosa oder? Ja, Bibi-Rosa. Bibi-Rosa. Grüße. Was bleibt ihr für einen Kundenservice? Was geht? Was geht? Was geht nach der? Wir wollen ein Auto malen. Auto malen? Ja, da ist da drin jemand, der kann euch ein Auto malen. Wo ist denn der David? Da kommt er schon. Der David. Der David. Hallo, hier ist David. David, wir wollen ein Auto malen. Hallo, David. Ich erfahre, da ist aber noch immer drin. Okay. Kommt der raus? Gut, ihr schafft das schon, der Auto malen. Auto malen. Weißt du, was das für ein Auto ist? Der läuft einfach weg. Boah, ich gebe den gleich Brett, den hohen Bock. Brauchst du dich eh nicht. Mach du doch. Nee, du mach. Und sie dürfen das Tor gewähren. Die Menagerie ist nur für Gäste. Komm mal, Auto malen. Und reparieren. Fuck. Fuck. Ich bin immer links rein in die Kabine. Wo soll ich reinfallen? Links in die Lacky-Kabine. Ach so, oh, die ist auf. Ich glaube, der muss erst reparieren. Oh. Ich habe nach hinten geguckt. Ich habe das nicht gesehen. Oh, 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 oh. Ja. David, ich glaube, wir müssen nur reparieren. Ja, Jungs. Ich glaube, das ist ein Lack, schade an die Sache. Das machen wir. Das können wir rauspolieren und lagieren. Bist du sicher? Wird da eh lagieren. Muss nochmal dagegen fahren. Dann mach weg. Vielleicht neue Stoßstange. Oder neue Scheinwerfer. Ist eh nicht im Soto. Mila, bist du auch malen? Was, Mann? Ach, du kriegst ja gar nichts mit heute. Warum? Ja. Was das denn für eine Art, ein Gespräch anzufangen? Ja, ich glaube, das kann man nicht ausbeulen. Wir können später gucken. Wir fahren das dann natürlich auch raus später. Wir brauchen einmal einen Schlüssel. Einen Schlüssel? Ja. Warte, ich muss mal im Koffer rumgucken. Ja. Ja. Was zum Teufel ist hier? Hast du keinen Schlüssel? Doch, klar. Kinder Country. Ich weiß nicht, ich muss Hannes-Peter anrufen oder so. Okay. Wie gesagt, ich habe nur noch diese... Wer ist das? Hier. Kinder Country. David! Ja, bitte. Bist du im Telephone? Ich bin im Telefon. What the fuck? Jo. Boah, wenn ich hier drin bin, dann habe ich immer dieses Lied 500 im Kopf, Alter. So. Also du brauchst den Schlüssel. Genau. Genau. Boah. 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 Hallo? Sag mal. Da, bitte. Wunderbar. Was soll es denn werden? Ist das der David? Blüten. Oh mein Gott, warum schläfst du mich? Entschuldigung. Warum haust du? Ich bin so geboren, das tut mir leid. Warum? Meine Klappe. Entschuldigung. Geh bald auf. Oh. Wollt ihr 5 geben? Ehrlich? Ja. Du hast gesagt, ich kriege 5 Prozent, wollte ich dir zurückgeben. Ah, tatsächlich, jo. Du hast gesagt... Ja, das ist eh kostlos. Guck mal, warte mal, jetzt habe ich aber eine Frage. Du hast Kels gesagt, wir haben einmal umsonst, ja? Ja. Das heißt, ich kriege auch noch 5 Prozent, das heißt, du musst 5 Prozent bezahlen. Obwohl du auch du lackierst. Na, du kriegst 5 Prozent. Curtis kriegt er einmal umsonst. Es liegt in der Familie. Ja, wegen Lugen. Wie Lugen. Lugen, Lord. Na, David, du hast gelogen. Ich habe falsch verstanden, das ist was anderes als Lügen. Okay. Wir wollen, dass du einen Blütenzauberrose haben. Na, kriegen wir hin. Ja, ganz wichtig. Blütenzauber. Misch dir ein bisschen rosa mit Napas, Kind. Genau, den schönsten Glanz, den du hast. Ah, hier, warte. Den weiblichsten Touch der Welt soll das Auto haben. Blütenzauber-Pink haben wir. Das ist nicht Blütenzauber-Pink. Gibt das noch mehr Rosalacht? Dann haben wir noch so ein anderes Blütenzauber-Pink. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, jetzt kommen die mal die Felgen mit, Pink. Auch. Irgendwas stimmt mit Mila nicht. Weiß. Die ist ruhig. Ja. Ich glaube, du musst pupsen. Die macht mir Angst. Ja, das sieht schick aus. Ey, David, tut mir leid, ich wollte keine klatschen. Alles gut, alles gut. Soll das Dach auch so werden? Das Dach kann schwarz bleiben. Okay, das Dach kann schwarz bleiben. Das hat ja noch so einen brutalen Touch. Ja, genau. Nein, können wir das Dach mal gucken in Cockrosa? Ich muss gucken, warte. Ich muss gucken. Ich glaube, aber nicht. Das schwarz bleibt. Das habe ich jetzt gerade gesagt, Alter. Was war das denn für ein Satz? Dann kann man sich nicht beschweren. Wir haben nichts gehört. Ich habe mich auf der Fahne. Ruhe. Hockrose haben wir leider nicht. Tatsächlich nur diese beiden Pink-Töne. Habt ihr Hogwarts-Lila? Das haben wir. Matt oder glänzend? Gibt gar kein Hogwarts-Liga. Du hast schon wieder gelogt. Körders, der liegt schon wieder. Soll ich dir zeigen? Ja. Würdest du es in matt sehen oder in glänzend? Ja, so seiden-matt glänzend. Seiden-matt glänzend. Ha, siehst du? In deinen Matt muss ich gucken, tatsächlich. Aber guck mal, hier hätte ich noch was für dich vielleicht. Lackschuh, was ist das denn? Ja, der Lachs. Lachsschuh. Der Lachsfarbe. Ist schwarz besser, ne, Körders? Ja, schwarz besser. Ja, dann machen wir schwarz. Schwarz in meinem Auge, Seele. So, noch einen freshen Perl drauf. Ja, auch nochmal pink. Mach mal, ja, Pussy Touch. Da haben wir. Uh. Uh, ah. Boah. Mila, was ist denn los mit dir heute? Ah, nix, warum? Ja, es ist schick. Sagst du Mobile Games? Nein. Es ist schick, schön. Ja, sag doch mal, wir brauchen weibliche Unterstützung beim Autofarbe. Er hat was. Also, ja, was? Hat keiner, ne? Das hat keiner. Ja, geht zum David. Wieso, das ist der Sinn der Sache. Hat keiner, Körpers. Perfekt von uns. Ja, das ist doch Candy-Rose. Genau. Boah, ich wollte mal dem Dretzmann Farben anbieten, ne? Mit seiner Werkstatt, diese Candy-Farben. Kriegen ja Farben? Ich habe nämlich nur keine Autos hier gesehen, die Candy-Lackierungen sind. Und wir kriegen das umsonen? Hm? Das ist extra teuer und wir kriegen das umsonen. Ach, der Lose, a follow-up. Was sagt ihr zu der Farbe? Schön. Hast du gerade gesagt, den Loser haben wir voll übers Ohr gezogen? Du stehst neben uns, Idiot. Das ist der David. Habe ich doch gerade. Okay, sollen wir den Perle so lachen oder sollen wir nochmal gucken? Ja, so ist gut, oder? Lachen oder so? Ja. 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 So, dann nehmen wir das Bink und... Wie lange dauert die Toggelung? Ungefähr zwei Stunden. Habt ihr ein Leihauto? Tatsächlich ja. Echt jetzt? Was denn? Äh, Lolo's, die da draußen stehen. Ein sauberer Turbo, Chino und ein Bucani. Unter Lolo's kenne ich aber was anderes. Was meinst du? Okay, sehr schön. Also Lolli's, Lollipops. Ach so. Like a Lollipop. So, okay. Mein Milchcheck bringt es halt der Bursch. Du die halt. Nein, wir haben noch eine Note ring. Brauchst du noch was aus dem Kofferraum und aus dem Handschuhfach? Boah, Handschuhfach? Ich habe gerade vier SMGs aus dem Kofferraum geholt. Ja, das... Was das Schoppen, ja? Wer von auch unserem Rücksitz ist. Wie? Noch mehr. Was, das ist doch gar nichts drin. Das ist doch gut. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Hä? Was wollt ihr denn? Welche... Der Wagen, ne? Moment. Braucht ihr zwei? Welche wollt ihr haben? Chino und... Ja, wir haben noch ein Ersatzauto. Ach so, okay. Im Handschuhfach ist nichts. Wie gehört das? Was denn? Aber den Leuten, den der Wagen ja gehört. Okay. Den gefällt das wahrscheinlich so. Das verstehe ich nicht. Der fällt auf jeden Fall auf. Der Nachtschicht. Damit kannst du weißt nichts. Ja, dem wird das gefallen. Die freuen sich doch noch darüber. Wir tun das nur noch mal. Ja, egal. Erfinden. Auch. Wir haben ein Ersatzauto hier. Okay. Wir haben gerade einen vom Junkiepark geklaut. Ui. Ja, gut. Aber nur eins. Seid ihr nicht selber vom Junkiepark? Ja, aber wir haben gestritten. Wir machen jetzt unsere eigenen Clique. Echt? Die Routen. Und wir ziehen grün an. Unsere Clique können ja kuscheln. Dann hauen wir alles weg. Das ist doch geil. Aber schiebt das nicht auf uns, wenn ihr das sollt. Doch. Wir sagen die Grover das. Nee. Doch. Ich sag die Routen waren das. Ja, die Routen. Ja, sag euch die Routen waren das. Ja, genau. Spreed, unsere Name. Genau. Damit alle Angst haben. Aber die Farbe könnt ihr auch nehmen. Meinst du? Muss ja nicht grün sein. Das passt gut in unseren Turf, oder, Kers? Ja. Wir haben einen Turf. Ich weiß nicht. Weiterentwickeln zum Schmetterling mit Pink. Pink Flügel. Aber warte mal, wo wir gerade hier sind, David, ne? Ihr schleppt doch bestimmte Routes ab, ne? Kommt drauf an, was du meinst. Ja, wir brauchen ja, unsere neue Clique braucht ja einen neuen Turf. Ja. Und wir haben da so ein Haus. Aber da stehen Autos. Die müssen weg. Gehört dir das Haus, wo die Autos stehen? Nein, das gehört mir nicht. Ja. Also jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Und die Autos müssen beseitigt werden. Aber das ist kein Gang-Turf, ne? Das ist so eine kleine Villa. Also da wohnt irgendwo so ein Idiot nur. Das muss tatsächlich erst eingeklagt werden. Mann, ich mein so unter der Hand, David. Du weißt doch, mit Augen zwinkern. So vom Bruder zu Luder. Na klar. Das klappt nicht. Warum nicht? Weil wir das nicht dürfen. Kriegen wir auf den Sack. Ja, dann muss ich ja zum Logen gehen. Zu wem? Zum Einsatz des Zwiebeln. Na, Logen? Ja, anscheinend. Guck mal. Ich dachte, ihr seid kriminelle Bande. Ja, aber der Benni ist doch nicht. Guck mal, David. Ich hab dir da was zugesteckt. Okay. Überleg's dir. Davon kannst du noch viel mehr haben. Hm. Warst du ein Lolli? 78 Dollar. Da, wo das herkommt, gibt's noch viel mehr. Augenzinker. Das darf ich aber leider nicht annehmen. Ich dachte, wir sind Freunde, David. Ja, ich kenn dich doch nicht mal. Ich bin der OG von den Ropeln. Ropeln, okay. Wieso gibst du mir die 78 Stolz wieder? Ja, ich darf kein Bestechungsgeld annehmen. Außerdem ist das viel so hoch. Wie ist es, ich liebe dich Geld? Alter, das ist schon süß, aber... Wegen deiner euligen Stimme. Ui. Benutzt du Bartheil? Tatsächlich, ja. Wo rätst du damit? Das siehst du. Mach dich schweiniger. Was für ein Shampoo besitzt du? Gar nichts auf der Glatze. Aber wurscht du deinen Brusthaar nicht? Mit Herd im Shoulders, Niesen Toast, Niesen Toast? Gesundheit. Entschuldigung. Warte, ich hab grad einen Ohrwurm. Mit was kremst du deine Arme ein? Mein Räuf auf Olaf. Nee, das hab ich nicht. Gar nichts. Kokosnuss, Wixxer. Genau so, sei nicht glänzend. Aber Babypuder auf die Arschbahnen. Ja, wer denn nicht? Mila nicht. Die mag es raw. Ja. Mila ist beschäftigt. Die macht irgendwas. Gar nicht raw. Doch. Nee, ich steh doch hier. Lüg mich nicht an, bleibst du hier. Und musst durchfegen. Du wirst mit lackiert. Du passt eh farblich hierhin. Was mach ich denn? Ich steh doch hier. Ich mach gar nichts. Naja, das andere Thema mit Mila, David. David. Ja, bitte. Ja, kann ich gleich zurückrufen? Alles klar. Bis gleich. Die besorgen dir auch eine Flasche One and a Half Million. Ja. Da brauchst du keinen Abschlepper mehr. Da bist du der Abschlepper. Und ein paar T-Shirts von Kik. Ja, hab ich schon. Kannst du mir einen Abschlepper ausleihen? Nein. Und wenn wir sagen, wir haben den geklaut? Und wenn wir den klauen? Das geht auch nicht. Na klar können wir den klauen. Und gut. Ja. Hallo. Das überlegt schnell. Ja, hab ich ja. 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 Okay, alles gut. Gehen wir jetzt gleich mal zu Kodys. Okay, bis gleich. Können wir machen. Oh nein, Abschlepper könnt ihr nicht klauen oder ausleihen. Was ist? Na klar, ich kann einfach so... So... Meine Pistole nehmen und sagen, herr, gib mir den Schlüssel. Sonst rufe ich die Polizei. Wenn ich dann sage, ruf doch Polizei. Dann lass das Handy fallen und mein Knau und sag, gib mir den Schlüssel. 200 K. Das knallt, du Lutscher. Dann hast du aber keine Waffe mehr, wenn den fallen ist. Nein, das Handy lässt fallen. Du hast aber gesagt, deine Waffe auch. Dann nimm ich mal ein Messer. Oder Mila beißt. Oha. Ja. Mila, nimm ich einen Pitbull. Mhm. Dann hast du einen krassen Kiefer, wie so ein Alligator. Was? Ob du so einen krassen Kiefer hast, der alles zerschmettert. Ne, den Pitbull. Gnommila. Zeig's ihm. Zeig's ihm. Oha, okay, okay, okay. Ja. Nein. Ne, wie gesagt, äh... Also wenn du schaffst, einen Abschlepper zu klauen, dann... Dann schaffst du es, aber ich kann dir den nicht ausleihen. Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel dafür? Äh. Bei mir zu Hause. Und du wohnst in der Groove Street, ne? Ne, ne, ne. Grove mit zwei O. Drei. Die Groove Street. Groove Street? Ja. Vielleicht warten wir vor deinem Haus. War dir funky unterwegs? Du weißt gar nicht, wo ich wohne da. Doch. Ist ja mehr als ein Haus. Du wohnst da in dieser Garage, wo es noch Fisch riecht. Hinten rechts. Wir sind mehr als eine Person, wir können an jedem Haus warten. Genau. Ach, du meinst die Garage, wo die ganzen Rampen vorwimmeln? Man muss sich so ein Vorkaufsrecht besuchen, ne? Ja. Da muss man ein Dokument machen, ne? Ja. Warum? Was, wenn wir Geburtsrecht haben? Weil ich das Haus haben möchte. Du brauchst ja immer noch Verkaufs, Vorverkaufsrecht. Du brauchst eins? Ne, ich nicht. Ich hab eins. Für die Groove Street? Ich fang mal herab. Ja, für mein Haus. Kannst du mir das mal zeigen? Damit ich weiß, was ich fälschen muss? Ja, liegt aber auch zu Hause. Das ist ärgerlich. Können wir kurz nach Hause zu dir? Ja, ich muss ja arbeiten. Kannst du nicht kurz Pause machen? Mittagspause. Stell dir schon auf, bis in fünf Minuten wieder da. Genau. Und Wet Floor, Kaution. Du siehst doch, der Laden boomt. Also, ich kann den leider nicht weg. Boah, hier sind voll viele. Siehst du? Fliegen. Du musst gleich noch einen Jugula reparieren. Der ist gegen eine Säule gefahren. Ist denn so dumm? Ich muss wissen, wie das Dokument aussieht, weil dann fälscht ich meins für mein Haus. Ja, frag doch den Anwalt. Die haben doch so Vorlagen. Welchen Anwalt? Ja, hier, da, bei dir, die DOJ da oben. Da kriegst du so einen Wisch und da musst du eigentlich nur eintragen. Die hat zu mir gesagt, ich muss das selber schreiben. Ja, aber die müssen dir eine Vorlage geben. Okay. Ich dachte, die Grove Street ist kriminell. Das weiß ich nicht. Ich dachte, ihr seid... Hey, du bist doch einer von denen. Ja, aber... Wir sind doch nicht kriminell. Na klar. Ihr seid nicht gän. Weiß ich, wie die Mechaniker. Den Film kenne ich aber auch, Grove by Bennys. Den habe ich auf DVD gesehen. Ich verabschiede mich erstmal, ja. Worin gehst du? Zu Codys. Ja, komm, wir gehen zu Codys rein. Hey. Okay. Wir sprechen uns nochmal wegen den 800 Stollen. Ja, ist so. Und watch your back, homie. Noch was so. Wir kommen uns das Dokument holen. Ich hab doch einen Leihwagen, oder nicht? Okay, okay. Nein, wir haben doch einen. Ihr habt doch ein Auto. Ah ja, das ist ja der Leihwagen. Dankeschön, bis nachher. Jo, hau rein. Wir brauchen das Dokument. Ich muss wissen, wie das aussieht. Du holt dir doch so eine Vorlage. Meinst du, die geben so eine Vorlage? Ja, frag einfach. Du fährst. Mach die Tür zu. Dann mach die Tür erst auf. Du musst nur einsteigen. Na gut. Feini. What? Codys. Ach, schaff's. Ja, du bist heute ganz komisch. Ey, wenn du mich nicht dabei haben willst, dann fahr ich halt nach Hause. Oh, Geiselnahme. Post-A-Code 70-3-16. Wo ist das? Um an Verhandlungen aufnehmen. Oh mein Gott. Die hat einen Vorfahrt. Was hast du gesagt, Milner? Hä? Du hast mich angeschrien. Ja, weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das macht man nicht. Warum schreist du mich an? Weil du das bestimmt verdient hattest. Ich hab gesagt, du bist heute ganz komisch. Ja. Boah, das ist oben bei der Bank. Staatsbank? Ja. Lass mal doch vorbeifahren. Wenn das der Park ist, verpetzen will die. Oder sollen wir mit der Codys das essen? Erst mal was essen. Erst mal was essen holen. Was jetzt? Essen holen. Und dann fahren wir. Aber ich will die verpetzen. Boah, ich will die große Nummer neun. Hier geht Ginnix und der Shit pennt wieder, wie immer. Und alle warten da drauf, dass endlich was passiert. Dass ich Juni fahre oder so. Milner, heul dir immer stimmen mit dir nicht, ne? Ja, warum? Hey. Hunger! Hallo! Tschüss! Alles gut? Siehst gut aus, Milner. Dankeschön. Die Milner ist heute ne Zicke. Wie schon? Was? Ohne Scheiß, der will mich die ganze Zeit schon loswerden. Aber ich bin die Zicke. Du bist heute ganz komisch. Gar nicht wahr? Du sagst du gar nicht, soll ich dich nach Hause bringen? Soll ich dich nach Hause bringen? Du willst mich einfach nur nicht bei dir haben. Doch, ich will dich immer bei mir haben, aber du bist heute ganz komisch. Das ist schlecht für die Kundschaft. Die Dicke braucht hier einen Vanille-Shake und ein paar Twinkies, damit du wieder glücklächeln. Der braucht 30 Chuc-Chuc-Chuc-Chuc-Chucoshakes. Ich hab zwei. Ich hab mir einen Chicken-Border. Dicke, du nimmst dir immer zwei Twinkies und ein Chicken Nuggy-Eis? Ich möchte heute Qualcomm-Eis. Ich möchte Twinkies. Ich möchte zwei Vanille-Shakes. Und ich möchte ein Ü-Ei. Du weißt, beim Ü-Ei musst du die... Wenn du ein Ü-Ei will, krieg die ein Ü-Ei. Die ist halt zicke. Die braucht das. Kann dir eine Terö-Torte anbieten? Ja, gib dir das. Die haut sich die ganze Torte rein. Eine Terö-Torte, jawohl, Alter. Boah, siehst du, ist zick, die Bilder, ne? Keine hinterher, los. Ja, lass mich wie ein Simbaus sehen, wenn ich die hinterher rinne. Was ist denn heute los? Bleib still. Oh, du bist hier? Was hast du denn heute? Hä? Was ist denn mit dir? Du bist gemein heute. Du weißt genau, dass ich viel Stress im Kopf habe und dann tust du mir das an. Du bist heute komisch. Null. Sag die ganze Zeit, du willst nicht wegfahren und irgendwas ist, aber nichts mit mir. Ja, weil du nix sagst, du sitzt einfach im Auto und sagst nix und... Verpiss dich! Ich muss ganz kurz stellen, das ist wichtig. Was? Mach mehr Pommes. Wie soll man Pommes machen, was? Boah, der hat nix Pommes in die Hand gekriegt. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Da ist Jun. Jun ist mein Freund. Hallo. Und Mila, du bist... Warte. Komm mal mit, Mila. Müsst'n kurzes Kerl. Verlobte oder nicht? Was ist denn los mit dir heute? Gar nichts ist los mit mir. Bist du fällt mir den falschen Arsch back aufgestanden? Nein, du sagst die ganze Zeit mit mir. Es ist nichts mit mir. Er redet, ich rede nur nicht dazwischen. Mhm. Geiles Sau. Wer, wer? Aber trotzdem bist du scheiße. Warum bin ich scheiße? Aber trotzdem bist du auch ne geile Sau. Sonst gibt's ne Bombe. Okay, dann nicht. Ich mach mir nur Sorgen. Ich, aber... Ich weiß, du willst zurück zum Park und willst, dass alles in Ordnung ist. Und dass wir uns wieder verstehen. Ist schon alles okay. Aber ich muss Juni ficken. Bevor wir wieder nach Hause können. Ich muss deinen Schwänzer packen. Und du heilst die Pinzette. Kannst du wieder lieb zu mir sein? Bin die ganze Zeit lieb. Gar nicht wahr. Na klar. Nee. Na klar. Äh, du hast mir heute noch gar nicht in den Nacken geatmet, wie du es sonst immer tust, wenn wir aufstehen. Ja, weil wir heute gestern hatten. Dembo und Jeff keppern da. Ja. Ich... Dann tue es jetzt schnell los. Los! Achso. Atmen nur? Ja. Das mache ich nie wieder. Ich spüre gut. Ah, das ist schön. Dankeschön. Du auch? Ich kann nicht. Das ist... Ich grabe die gerade an. Geh weg. Wer warst du denn? Ich kenn die doch. Ich hab die Samstag schon getroffen beim Cody. Ja. Das ist die Wiglin. Nein. Du weißt gar nicht, wie ich heiße. Ach, du bist der Hüchel-Hacheli? Nein, das war die andere. Ah. Und wer bist du? Talata. Ja. Oh, Kürtis. Geile Sau. Warum haut er mir auf den Arsch? Du willst mich verarschen, um... Jetzt wollte. Mila, der hat... Das hast du durften auf den Arsch gehauen. Mila, der hat's boh angefasst. Mila? Keine nicht? Da ist doch die Hüchel-Hacheli. Ja, genau. Da ist dann mal, die ist frei und die kannst du dran machen. Nein, ich bin nicht frei. Na klar, bist du frei. Schweizer sind immer frei. Na klar. Immer. Bin ich frei. Samstag hast du dir nur einen Handstand gemacht und gerufen, wer will meine Nummer? Ja, ist klar. Habt ihr wohl. Ihr Schweizer seid immer frei. Ich hab genau gesehen, du ist in meinem Auge. Wer weiß es? Wer weiß es? Sie hat einen Kerl, den kennt ihr sogar. Der hat Jifke wohl dabei. Ja. Und dann du. Ich kann beweisen, dass ich einen Freund habe. Wer ist denn es? Geile. Kommt zuerst mal zu, wie ich diese Chili-Cheese-Nuggets verspeise wie ein Mann. Oha. Ja, der lutscht die vor ihr Maus. Ah. Ja, damit die besonders scharf sind. Oh. Hör auf mich zu blamieren. Ich halte Mila fest. Äh, Milch. Milch. Will er nicht ausrasten, okay? Immer versaut er mir die Tour, der ist nur neidisch auf mich, weil ich hab die schöne Frisur-Charlie. Leider haben wir keinen Kaul-Crop-Meiß mehr. Deswegen hab ich dir eine große Portion Chicken-Nuggets gemacht. Palaus-Locken an. Jetzt ist die Bäckerin wegen dir. Die ist sauer. Ich verzieh mich hinter Tränen, sag ich sicher. Hallo, bist du... Hallo, da stand ich. Geh mal weg. Hä? Hä? Geh da sofort weg. Geh da sofort weg. Das ist mein Platz. Mit mir ist nichts zu sparten. Mach Platz, dass ich noch weggehen kann. Mach dich ab. Oh, das knallt du Lutschern. Ich zähl bis 300. Eins. Geh doch. Ich stand hier. Also neun, neun, E-Cola, drei, Trink-Hits und neun Chicken-Nuggets. Hör auf mir am Ohr zu fummeln. Du darfst mit deinen Fingern nicht mal in den Ohr. Weg mit den Chicken-Burger. Geh für die Chachi. Guck. Mach einfach eine Tüte. Guck zu. Zu viel Stimme, mein Kopf. Okay, vier Burger davon, trink davon, neun davon. Okay, ich mach fertig. Hauen wir mal rein. Ich hab du es. Ah, du hattest bezahlt. Pack die Waffe weg. Okay. Ja, brennt bisschen. Aber spürst du fast gar nicht? Was spür ich nicht? Was böse ist? Ist euch eigentlich sonst immer nur von vorne. Dann so, habt ihr ein Klo? Ja, hinterm Haus. Ja. Warum wird jetzt glatt? Meine Zunge ist taub bisschen. Ach, nur so? Du musst so Milch trinken. Ich bleib hungrig, warte. Ich hab Hunger. Das ist doch ein Reiner. Crazy. Du musst noch ein bisschen warten. Ich bin hart, aber ich fang ab zu schwitzen. Warte. Hä? Du musst Kappe ausziehen. Hat er auch Hundebrücke auf der Liste? Am besten Uhr. Ich klaute. Warte. Oh, mir ist so warm. Wo ist Klo? Wo ist Klo? Hinterm Haus der Puls. Hast du Klo? Jeff Keeshape Durst. Aha. Du weißt, wenn er gerade im Auto ist und aussteigt hinter uns? Wo? Da kommt Johnny. Ich hab Knall in der Hand. Ja auch. Soll ich? Ich mach das. Nicht hier im Laden. Seid ihr wahnsinnig? Papi Chulo. Dich auf mich. Ich knall den ab. Ich halt dich zurück. Ich halt dich weg. Nein. Kein Blutblatt bei Cody's im Laden. Das ist mein Laden. Ist nicht Kollege. Ich geh nur her essen. Ist nicht Kollege. Meine Können. Willst du das Haus haben? Kantes, nimm die scheiß Knarre runter. Das ist ein Imbiss und kein Alienation. Hat er Glück gehabt. Meine Können. Was Ufurt du machst? Sonst wenn du nicht hinguckst, dann bitt ich dir deine Schnürsenkel zusammen. Wo sind denn meine Chiginaris? Dein Arsch. Boah, ich würd den. Ich würd den. Ohne Witz. Ich würd den jetzt so gerne, ne. Ich würd den jetzt einfach so gerne, Alter. Ich glaub den Dämmers verscharfen. So richtig feige. So von hinten. Ich würd den so gerne, ne. Aber bei Codys kann ich keine Faxen machen wegen den Waffen. Boah, ich würd so gerne jetzt. Bitte. Wie damals. Vom Bahamas. Wer kann poseln, dass wir über Codys sind. Hallo? Hallo? Dripke? Okay. oh mein Gott hallo ich bin aus dem Teamspeak geflogen weshalb auch immer ich legge hallo chat könnt ihr mich hören eigentlich habe ich keine Lacks weil ich sehe hier Internet Connection ist alles in Ordnung ich reconnecte auf Teamspeak neu ich habe zwei Monitore ne ich habe kein Wohl davon oder ich weiß das gar nicht warum zieht der mich jetzt nicht wir reconnecten einfach im Schneid schon hier Teamspeak kurze Pipi Pause Jackie Irwin Dankeschön für den Prime zweiten Medium Pille Dankeschön für den Gift Otto Dankeschön für 100 Bits Nico Dankeschön für den Reset im zwölften Millie Wanda Dankeschön für den Prime zweiten Crocodile Dankeschön für den Reset im dritten Roxy Dankeschön für den Prime im dritten und Oma Dankeschön für den Gift der Dampfungi RP Flucht je je RP Flucht wäre es wenn ich nicht mehr reingehen würde hast du dich schon mal gezeigt ja meiner Familie und meinen Freunden meinem Spiegelbild hast du gedacht Master P aber ich habe auch keine ausgelassenen Frames also ich wüsste nicht woher der Drop gerade gekommen ist ich weiß nicht ob ich wo davon habe ich bin mir nicht sicher ich hoffe nicht es geht Gino Casino aber Mila hat auch Disconnect und Demba dann du brauche Eis hallo doch doch hallo ich glaube der wollte sich prügeln was denn da hinten prügeln sich welche wo Johnny wollte sich mit jemandem prügeln hat er gesagt achso welchen Parkplatz da hinten hinter dir soll ich auf den schießen bist du wahnsinnig warum das ist immer noch bei Cody aber einpacken könntest du denn jetzt aber der purgelt sich gerade aus dem Umfeld ne aha trotzdem bist du ne Mistrate dahin bist du ne weiß nicht ne bist du bist keine Mistrate aber ich bin eine schau müppelt hier so müsste der jfk sein wie man bei google sieht ich habe du aber Cody muss mir was geben dann ich habe du achso die haben kein kohkwappen ich bin zwei schoko shakes zwei cheeseburger bitte ich habe blaubeermuffins schoko schicks und was war das schicks ich habe zwei schoko schicks was geht mach ich dich fertig was hat er gesagt einen kurzen Augenblick erstens hier so ein blaubeermuffin und zweit wer war das weiß nicht wer das war prügel den ober video an ja willkommen ich hoffe es geht einer sack als als du oder wie oder was bist du ein blaubeermuffin ja was ja natürlich natürlich sicher sicher und dir alles klar wir sind bei Cody da hätten wir den schock gummi schicks was möchtet mein burger ja der ist auch hier mein burger welchen burger ich wollte zwei schießt ich ich frage mal beim chef nach warte ich kann versuchen ob ich das schaffe aber eigentlich mag ich das nicht so normalen boah ja okay das kann ich ich hab johnny verprügelt du hast johnny verprügelt der liegt dahinten hast du mit dem gekämpft ja ich weiß mal dem ob ich durch den schießen soll ja ok mach ich ok bruder da bin schraus ok soll ich hingehen und reintreten nein warum hab ich bei dem jadio gemacht ja ja die ist johnny stimmt die sind meine freunde ja küsst du musst dich einmal um den köln merkst du warum seh dich bitte einmal doch das ist von opa willie warum hast du mal für den arsch opa willie wollte dass ich das von ihm aus für dich also du sollst er wollte das bei dir machen aber irgendwie sind hier also sollte ich das für ihn machen weißt du mach nochmal geile sau komisch telefonierst mit opa will die bonka schon bist um lachen um kichern alles gut ne aber wenn du mit uns bist tot und schnille emom und dann ich dachte das ist alles gut jetzt ich das thema ist gegessen ich will niemand nach hause bringen dann war dein eis ich soll dir sagen wir haben kein krokrat eis aber das will ich nicht aber du hast gesagt du hast gar kein eis bekommen danke oha warum schmeißt du das weggeschmissen oha das kein krokrat eis das richtig meinte ich muss nach und nein nein erst mal verband im arm ring 1000 1005 sind das ich bezahle alles ne das sind 1005 bei dir genau ja schön schreib auf 1005 das schmecken sehr gut ich zieh einmal durch hier die rechnung super ich danke kein ding dann schmecken lassen auf jeden fall easy wenn er noch was braucht sagt bescheid wir sind auf jeden fall da ok so lacht der mal ja der ist dumm aber da kann er nichts was nix du bist heute gemein nein komm mit Ja, genau, setz dich, genau, so ist es kuschelig, ne? So schön, ne? Warum? Ja, sag einfach das Schöne so. Ja? Ja? Was? Hä? Ich bin jetzt seit dem Streit die ganze Zeit im Überlegen. Genau, legt schon dein Kopf in meinen Arm, genau. Oh, Entschuldigung. Nein, hallo? Das war voll sweet. Ja, setz dich doch noch weiter weg. Ich weiß ja nicht, wie ich es tue. Okay, okay. Weißt du schon? Ich dachte einfach, wir gehen hier rüber und setzen uns hin und brauchen keine 10 Minuten dafür. Seit dem Ergernpark, ne? Bin ich am Überlegen, was ich machen soll. Ja. Und ich habe überlegt, dir alle zu verraten. Um noch den Kieb zu verraten. Die verpetzen gehe. Ich habe überlegt, dass ich die ganzen... Was geht ab, Jungs? Wir brauchen kurz zwei Minuten. Willst du hierbleiben? Ja. Aber ich glaube, ich kann von dir keine Antwort warten. Tell me. Ach, das macht dir nix aus, ne, Mila? Hä? Warum sitzt du auf deinem Schwanz? Hä, tue ich gar nicht. Boah, das fuckt mich ganz so ab, Alter. Demba. Ja. Und ich will jetzt eine wirkliche Antwort und kein dummes Quatsche. Ja. Wirklich jetzt. Sammle deine fünf Gehirnzellen, die du noch hast, zusammen. Gib mir fünf Minuten. Aua. Aua. Warum haust du dich? Bist du traurig? Ich hau mich nicht, mein Nacken tut weh. Okay, tell me. Ich will wirklich eine ernste Antwort. Ja. Eine intelligente Antwort in deinem ganzen Leben heute einmal. Ich hab gestern was Tolles gesagt. Nur sag doch endlich. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, seit dem Stress am Park, was ich machen soll. Soll ich dir alle verraten? Soll ich dir das ganze geklaute Equipment, was ich hab? Soll ich das alles verkaufen? Soll ich das wegschmeißen? Wenn mir was einfällt, was ich machen kann, ist das immer ganz extrem. Wie gerade. Ich stand gerade hinter Juni und wollte eigentlich auf den Schießen. Ich hätte den Feige von hinten erschossen gleich. Bis Cody gesagt hat, ich soll die Waffe wegpacken. Was soll ich machen? Soll ich hingehen und einfach auf den Schießen? Oder soll ich hingehen mit dem Messer? Soll ich den abmurksen? Ich weiß nicht. Ich kann... Das Problem ist, dass alle Leute aus dem Park... Jetzt kann ich das nochmal erzählen. Jetzt kann ich wieder die ganze Story vom Fallen erzählen. Langsam. Ich hasse mein Leben. Ich hasse dein Leben auch. Ja, wir haben das gemeinsam. Jufke. Hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich hingehen und Juni abknallen? Soll ich den abstechen? Soll ich dir alle verraten? Soll ich das Zeug verkaufen, damit wir uns ein Haus kaufen können? Boah, ich will schon ein Haus haben. Immer wenn mir was einfällt, was ich machen soll, wie gerade im Laden, ist das was Extremes. Das war voll dumm, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Möchtest du? Jufke ist der Held des Tages, hat Köln aufgehört, was du musst du tun. Ich würde sagen, chill. Erstmal. Ja, chill mal, Digger. Nö, aber ich will nicht chillen. Ich habe dieses... Ich will Rache dafür. Alle, Chick. Beruhige dein kochendes Gemüt. Demma, ich habe gesagt, ich will ernsthaft antworten. Ja, das ist ernsthaft. Beruhige dich. Nein, ich will aber Rache. Nein. Dafür, dass du mich nicht ernst nimmt. Oder ernst genommen hat. Der muss auf die Fresse kriegen. Dann hau da auf die Fresse. Aber anders. Ohne weh zu töten. Also nicht töten. Aber auf die Fresse hauen. Ja, aber da... Ich muss ehrlich gestehen, dass du stärker bist als ich. Ich habe keine Chance. Lass einfach den zu dritt. Was denn, Mäler? Ich meine, du musst ja auch daran denken, ähm... Willst du wieder zurück zum Papa? Aber ich glaube, all diese Entscheidungen könnten bedeuten, dass wir nicht wieder zurück können. Nur das ist mir egal. Okay. Mir ist nur wichtig, dass der mich ernst nimmt und mich auf Augen hühe sieht. Und der das merkt, dass der mit mir sowas nicht abziehen kann. Wenn du möchtest, dass er dich ernst nimmt, dann solltest du ihn auf jeden Fall auf eine Art verletzen. Aber vielleicht nicht körperlich, sondern eher eine Ahnung. Nimm dir das weg. Ich lasse dir ab. Zahnriemen. Wir sind gegenüber von Koldis am Chillen. Ja, ich komme nochmal. Ja, bis gleich. Ja, 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 ja. Der ist schon wieder besoffen. Also wenn... Wie immer. Wenn du zum Beispiel das... Hey. Entschuldigung. Kleiner Hutzer. Der ist einfach so rausgeplumpst. Also, Mäler, was? Wenn wir zum Beispiel das Equipment verkaufen oder so, dann tun wir denen damit schon ganz schön weh. Und sollten wir aber irgendwann wieder zurückkommen, können wir das auch wieder neu besorgen. Das können wir nicht neu besorgen. Wirst du wieder mit dem Kieselstein unterwegs rumrennen? Nee. Das will niemand. Wie willst du an sowas wieder rankommen? Ich bin Profi. Ich habe letztens allein jemanden für... Ich habe vielleicht keine 5 Dollar bekommen für die Person. Aber... Aber... Das war schon ein Anfang. Mir ist was Kluges eingefallen. Wenn die 5 Minuten sind rum. Ja, und was denn? Äh... Also. Nimm denen was weg. Was dem ganz wichtig ist. Was der ohne dich nicht hätte. Um denen zu zeigen, dass er das ohne dich nicht hätte. Und wenn der so weitermacht, sieht, was passiert. Der hat seinen Jungen voll nicht kalt, ne? Ja, dann tick den. Der hat den... Ja, was? Was hast du mit dem gemacht? Nein, ich habe dem... Ich habe den in seine erste Teute besorgt. Das war knapp. Der Kugel bin ich ausgewichen. Da ist getotcht. Da bist du Weltmeister. Oh, du Wichser. Du Dreck. Du bist nur ein Penner, ne? Das ist eine andere Welt. Ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht. Wer ist ein Penner? Lass mich mal näher ranrutschen. Ich doch nicht. Der mal setzt die Bilder vernünftig hin. Ich kann dem nichts wegnehmen, was der ohne mich nicht hätte. Und ich weiß noch nicht, was dem wichtig ist. Was ich aber weiß, ist, dass keiner Bock drauf hat. Eigentlich wollen alle nur, dass wieder alles okay ist. Aber das werde ich nicht zulassen. Nicht, bevor ich dem nicht in die Fresse gehauen habe. Du musst dem eine Kopfnuss geben. Volle Kanne. Undercover. Ja, weil der hat nur einen Wasserkopf. Der hat einen Wasserkopf. Ja, der kannst du dir nicht verfehlen. Das ist doch super. Dann schummeln im Schlagring. Das ist ein Nö. Dann nimmt er mich an, die ich einen Schummler bin. Du musst Boxen trainieren. Und dann kämpfst du gegen den. Ja. Ich mache euch hier einen Karate-Kill. Mit wem sollte ich denn trainieren? Ihr seid alles Pfeifen. Ich bin keine Pfeifen. Mann, Tyrese ist froh, wenn er sich auf seine eigenen zwei Beine stellen kann. Ja, aber das ist ein Sack. Ja. Das ist ein Sack. Stimmt, Tyrese spielt keinen Schmerzen. Hallo. Dron ist mein Point. Und Crack ist ein Sockenficker. Den kannst du auch mal prügeln. Kerl ist nebenbei. Ich habe jetzt Freundin. Die ist aus dem Laden? Ja, ich habe die Latina klar gemacht. Haben Sie eine Nummer? Ja. Gut, ich bin noch nicht ein Meter weiter. Drücke. Ja. Hi. Hi. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Du musst wie Rocky trainieren gehen und dann prügelst du dich mit dem und gewinnt. Du läufst jetzt die ganze Zeit hier die Treppe auf und ab. Ja, genau. In 10 Minuten. Nein, wer Beine trainiert, ist ein Loser. Weil man die im Club nicht sieht. 100 Liegestütze. Test gewonnen. Wir machen aus dir. Und auf den Boden jetzt. One Punch Bellen. Ich bin also für eine Messerattacke. Messerattacke. Aber das ist nicht besser als Shark Ring. Das muss ein fairer Kampf sein. Du musst überlegen, der kriegt noch Geschenk. Sehr auffällige Geschenk. Aber Jeff K. meinte gerade, die freuen sich über das Auto, über die neue Lackierung. Vor allem über die Nachtschicht. Der Bademeister. Was habt ihr gemacht? Wir haben einen Jugular-Rosa gefärbt. Aber so richtig Candy. So Pussy-Touch-Flavor. Das ist Hi-Ti-Ti-Ti-Ti-Mobil. Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, ich ziehe gut aus. Bis also. Ach. Was soll ich beim Erledigen? Wer soll ist es? Toll, ihr seid keine große Hilfe. Ich soll trainieren. Was soll ich da hingehen? In 5 Jahren? Wenn ich Kickbox-Weltmeister-Los-Anders bin? Übermorgen. Ich trainiert nicht, kein Problem. Du kannst gar... Ah, du hast du drinnen, kannst du wecker holen, ne? Du musst mich trainieren. Biti. Der hat Nagasaki erkannt. Biti, trainier mich. Komm. Du, hau ab. Komm. Ey, soll ich den jetzt fressen? Komm. Oh ja. Wurra, wurra. Wurra, wurra. Wurra, wurra. Komm. Wurra, wurra, wurra. Wurra, 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 wurra. Wurra, wurra, wurra. Wurra, 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 wurra. Wurra, wurra. Wurra, wurra, wurra. 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 Aua. Wurra. 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 Ich schaffe das. Feuer. Aua. Uua. Boah, sie dich mit der Falsche. Ich hab Kuse angelegt, mein Freund. Eine fliegende Drache. Jetzt machen wir die Pfeife dahinter kaputt. Uua. Ja. Oh, eine splingende Flosse. Zack, kriegst du eine. Daneben gehauen. Du hast gegen die Lampe gehauen, Idiot. Das ist kein Glauben. Hahaha. Bam. 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 Meine Mocker. Bam. Boah. Boah. Falle nicht um! BAM! 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 Feuer! BAM! Lerde dich in die Gesellschaft der Schautzen einführen! Ich bin nicht gut! Ich muss besser werden! Boah! Der hat gesessen! Mh! BAM! BAM! Verpiss dich! BAM! BAM! Piss dich! Junge, verpiss dich! Tyris box den weg! jetzt hier los ja kommen da liegt das teils verhauen die die holt wieso liegt eigentlich der riemen ich finde ich Da liegst du, Lutscher! Das ist mein erster Fight, den ich gewonnen hab! Ich hab dich aus dem Leben geprügelt! Ich bin stark! Ich glaub, ich bin bereit! Ja, das ist recht gut, jetzt geht Johnny verprügelt! Ich glaub, ich bin bereit! Ich bin bereit! Du bist bereit! Ich bin ein Hund! Ich glaub, ich hab dir zwei Zellnussfresser gehauen! Ne, die waren schon weg! Ach so! Ich bin stark! Ja los, geh! Verprügelt sie alle! Halt die Klappe! 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 Oh! Telefon! Ja! Halt die Klappe! 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 Du schade! Halt die Klappe! Er maiert mich! ich bin ich habe meinen kampf gewonnen ich hab bieter aus dem leben geprüft das mein erster kampf ich muss nur mehr trainieren bieter trainiert mich noch okay und dann dann werde ich pick box welt meistens los handels keine packt man der echo an wenn jemand stress macht gibt's ärger wir haben jetzt alle auseinander ich komme gleich wieder zurück ja ihr seid ihr noch da oder ja okay okay dann bis gleich nein deshalb stehe ich ja hier ich spiele die macht in meinem körper aber ich bin noch nicht bereit weil juni ist stark aber du hast mich ja geboxt und ich habe juni zweimal aber du bist nicht stärker als juni ich hab den jetzt 2 0 für mich ich muss nur mehr trainieren du hast teilweise verhauen aus versehen ja der hat eine respekt schale bekommen er lag einfach auf dem boden er hat irgendwas gesagt du hast im einen feine geknallt den zahnriemen ja jetzt hast du nur rieben guck mal dem war da hinten am cringe der sagt das ist sein auto bei den autos weiß nicht ich weiß nur dass ich aus dem leben geprügelt habe ich will jetzt die hoffnung nehmen aber egal ja komm jetzt erzähl nicht dass du schon lang geschlagen war nein du bist vital vollfett genau guck deine rückenmuskulatur an genau muskulatur stabil stabile seitenlage oder wie lange willst du noch pause machen noch so 5 minuten und 18 sekunden ich geh kurz zu taris rüber ja klar ich bleib hier liegen wir sind zu 5 minuten genau jetzt ja warum hilft ihm keiner zahnriemen bist du ansprechbar ja das war ein nicht regel regel du hast eine richtige bombe bekommen ne der war nicht regelwidrig ich hab gar nichts damit zu tun gehabt obwohl ich mich mal auseinandersetzen warst du krank waren der ist schon unterwegs hat scheißdingen da aber jetzt guck ich mir die sterne ich hab meinen ersten kampf gewonnen den ersten kampf ja ich hab beaty verkloppt ich stich dir weg warum nein 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 das mache ich nicht bist du sicher dass krank mann kommt ja 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 hörst du das schon ja ich höre du die bahn das ist musik in meinen ohren mit er hat sie richtig gut dort schon ging eh he hallo kann ich sagen in die fresse bekommen nur die fresse es ist kein ordentlich gefahren ist nichts passiert und der da vorne auch ach da ist noch einer ja komm ich mal der Pisser da vorne hat mich geschlagen ich hab mir ja nichts gemacht was war das denn alter dass wir in Sicherheit gehen können hallo ja hallo ich bin schon da alles gut ist nix ist nix schlimmes passiert er liegt halt öffentlich auf der Straße und ich hab leider keinen zweiten RTW um ihn hier zu sichern deswegen will ich ihm schnell eben hochhelfen nicht dass du gleich ein Auto überrasst ich wollte eigentlich noch genau drei Minuten Pause machen aber jetzt kann ich auch noch einmal mitgucken mein Charakter ist nicht mal am Humpelner Test bin ich mal krass verletzt ach war einfach ein Singfehler da gibt's richtig auch bei Raid ich hab meinen ersten Kampf gewonnen ich bin sehr stolz auf dich Cousin ich werde immer stärker ja jetzt kommst du gehörst wer da wir ja 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 mein Bauchmuskulatur ok den hast du umgeklatscht Biti hab ich weggeholt Biti? mhm uh nun kannst du den Team-Minum-Meister herausfordern nein ich muss nur trainieren ja und ihr beide knutscht jetzt? nein ha du hast wohl nur ne Treppe erzählt du hast sie klar gemacht hä ich hab gesagt wir gegen Cringe-Partner unterbrechen ihr geht knutschen auf Räubern Gendarm-Tour hast du gar nicht gesagt hast du gar nicht gesagt das hast du nicht gesagt wieso macht ihr grad Stehts wieder rein ich hasse euch ich hab überhaupt keine Wing-Manks warum sagst du nur das wenn es nicht stimmt nein das sind Wing-Pussies immer versauen die mir alles immer ihr wollt dass ich immer alleine bin ja aber Mädchen stehen eh nicht so auf die ganz krassen Typen man muss Mädchen zum Lachen bringen ja wenn ihr die beiden zum Wachsmallstifte isst dann uff Wachsmallstifte er hat vorher schon Chili-Cheese-Nuggets die doppelt scharfen gegessen genau vier Stück auf einmal mit kotzen gehen mit kotzen gehen und dann hat das nochmal gebrannt in meinen Hals ja doppelt gebrannt magst du meinen Cousin Dambar? ob ich mich mag sonst würde ich nicht hier stehen oder? der ist DJ ne? der bringt dich in den Club ah ja du weißt was man mit DJs sagt ja Glückwun umarme ich und bin der Stache was? halt die Klappe John was sind denn immer DJs? wow du bist so stark ja ich bin so stark keine Sau oh geil sag was ich erinnere aber auch aus einem gewissen Grund wow diese Muskeln hast du nicht krass ne? wow du bist so ja John warum? so äh männlich und geil wow danke ey sag mal John ich bin überhaupt kein Loser ne? sag schon vorderes heraus ich bin total also wow also dass du nicht 20 Frauen gleichzeitig hast das ist ein Wunder ja ich kann das nicht hören wenn die zwei sich hier vor uns kussen wir haben nicht wir können ja mal kussen komm her mach den Mund auf wenn ich dich küsse ja ist ok ich hab heute nicht Zähne gepolt er kann doch richtig fliegen ihr seid doch nur neidisch ja ich bin Platz vor Neid aber sag mal du hast doch jetzt eine Freundin Eben siehst du der Dummer hat gelügt nein hab ich gar nicht oh heiligna auf euch alle nie weg kreckiger wie heißt denn dein Pfeuern in demmer? ich zieh in mein eigenes Turf na Bici wie hat das Dreckchen geschmeckt? da ist das so ja du Loser ja du hast gewonnen du bist krass sag dass ich männlich bin da liegst du du Lutscher dein dein Atem ist sehr männlich ja boh warum fällt das dem auf wenn man sich einmal nicht Zähne putzt ja der riecht seiner Schwanz ne? aber er hat eine verschluckt wie kommt immer aus Demmer seinen Mund und das ist eine Hauspflege da zieht er die mit Nase wieder ein ja ja der hat da so ein kleines Bännchen dran gemacht boah der hat euch sowas von töten ich komm am Wochenende zum Psycho ich komm am Wochenende zum Psycho und dann werden die feststellen dass ich unzuteilig bin ich geh jetzt kurz mit Simon und will das überleben? ja ich denke schon du 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 misst du misst tut dir denn weh? das Spray hat wahrscheinlich ein bisschen gezogen das gar nicht ich mach das gerne ohne Formel und da brennt es nicht so schwer ich hab mir die zehnmal ich hab auch einen Namen bekommen so kannst du mal gucken ok wo haben sie es denn da ja mitten auf die Brust zieh mal eine Jackemaus ich guck einfach mal rüber mitten auf die Brust auf den Brust komm das wäre gut das wäre gut mit der Gegenstand oder? nein mit der Hand wir pugeln nicht mit Gegenständen da lieber zu fest als zu schwach kann ja sein ich weiß ja nicht was passiert ist alles ne wir sind Freunde die Spaß haben wollen aber es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten aber ich hatte auch schon mal eine Truppe gefunden die haben zu mir gesagt die hatten Spaß dann hab ich nur auf Baseballschläger liegen sehen ja ja das sind dann Bekloppte mach ich dann jetzt entspannt ja seh ich an den Oberarm seh ich auch grad was ja eigentlich schon hab ich auch einen bekommen aber das tut nicht so weh wie auf die Brust da glaub ich ich war ja eh eh noch eine Schapa so schön mit 40 so durchgegend dass man so ein bisschen die Landschaft noch betrachten kann da ist der nicht rein das ist ja das eingedetscht richtig ja Schlüsselbein Richtung Brust ja haben sie recht ob sie sterben? nein sie werden es überleben mhm so haben wir gleich und dann kühl ich das eben alles klar machen wir dann so dann bleiben wir so dabei so kühl ich mal eben rüber und lass ihnen das Kühlpack dann auch gleich nochmal soll ich das denn soll ich mir im Verband machen und dann das Kühlpack reintun wir sind nur ne Babytasche können sie auch machen ich mach ihnen da jetzt ein cooles Batman Tuch rüber so es wäre aber bei ihnen jetzt auch gleich das gibt's nicht auf jeden Fall einmal eine Rechte von dir ja ich sag mal noch so ne 2 und Provenversorgung ja kein Problem nehmen sie schwarze schwarze Mastercard aber ich wahrscheinlich alles was Alkohol ja die eigene noch von der Reise Thomas halt die Klappe ich krieg doch grad hier mit dem Medizinmann wir werden noch was mitgeben aber ich hab grad selber nichts ich geh vor nicht in eine Apotheke dann geh ich einmal kurz vorbeischauen doch einmal die Karte durchziehen oh auch ne coole Karte ja das ist ne schwarze Mastercard ich bin ganz neidisch ich bin ganz neidisch weil das ne blöd blaue die bekommt man wenn man Naturfilmer ist Könnes willst du für mich bezahlen? ich kann bezahlen für dich ach super ich bin bisschen knapp bei Kasse dann sag ich jetzt nach der Behandlung nach dem Dankeschön bist du mich jetzt sehen mal ich auch, kein Problem ich denke mal den Gebrauchverband kannst du nicht wieder haben weißt du wie ich meine hä? so Du schuldest mir Geld, dann taue ich es, ne? Du schuldest mir noch Geld. Gar nicht. Du schuldest mir noch 10.000. Ach stimmt, vom Überfall, ne? Was ist ein Überfall? Wenn Sie jetzt darüber reden, das ist... Haben Sie Eyeliner drauf? Sie sind geschminkt? Ich habe da so ein Pfeilchen unter. Warum ist Ihr Kollege geschminkt? Aber hübsch. Sieht cool aus. Ja, ne? Ich bin auch ganz stolz. Wer übernimmt die Rechnung? Mein Freund, ja. Mein Lebensgefährte. Ach stimmt, ich bin verloben, Mila. Das ist gar nicht wirklich mein Lebensgefährte, nur für die Akte, ne? Ach. Gut. Reden wir nicht drüber, ne? Du siehst irgendwie ein bisschen aus wie ein Vampir, finde ich. So deine... Deine Wangenknochen, Deine müden Augen. Da bist du noch ein bisschen blass im Schliff, bestimmt noch den ganzen Tag. So, dann würde ich dich bitten, einmal hier die Karte oder das Telefon aufzulegen. Wunderbar, perfekt. Mein Schönen. Sehr gut. Dankeschön, dass du mich jetzt sehen, Mila. Du bist ja da oben, dich da oben kümmern, dass hier auch alle gesund sind. Du arbeitest bestimmt nur im Krankenhaus, damit du an den Blutkonzern bekommst. Nee, heute keine Geister, glaube ich nicht. Wo ist der Chap? Äh, der ist, äh, äh, weg. Hat Cody dem Geld geboten? Was? Nee, hier neben mir. Niki. Niki, warum machst du das? Die haben erst mir Geld geboten, habe ich gesagt, ich würde niemals jemanden von hinten boxen, gerade wenn er fertig ist, wenn er im Kampf kam. Kannenschulden? Niki ist momentan nicht erreichbar. Bitte versuch uns später nochmal. Spiel! Warum willst du Geld zahlen, damit niemand mich verkloppt? Wir haben erst mir Geld geboten. Bei der nächsten Möglichkeit wird sie sich... Frag mich doch einfach nochmal eine Nummer. Ich gehe keine... Eine ekehafte Nummer will ich nicht. Dann hättest du wenigstens einen einen in deinem Handy. Ich habe gut vor, ne? Niki liebt mich, Niki liebt mich. Was? Nuh, 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 nuh. Arschloch. Was willst du einen auf die Fresse? Willst du einen? Willst du dich prügeln? Willst du dich prügeln? Ich will mich prügeln. Ich will keine Mädchen. Haha. Ich würde dich einfach hauen, hättest du noch Zellen im Mund. Naja, ich schlag aber keine Mädchen, sorry. Du alte Felge, du. Oh, hat sie nicht gesagt. Also Kortus, wenn du dich prügeln willst, ich schlag nicht gerne. Nur, ich habe mich gerade geprügelt. So steht die seelosen Leib boxen? Ja, komm. Nur, ich habe mich gerade geprügelt. Biti, verkloppt du den. Biti, verkloppt du den. Ich lasse erstmal meine Ibo wirken. Ich mache den Fehler nicht nochmal, ohne Ibo's zu kämpfen. Warte mal, warum wir denn immer prügeln? Das geht doch so. Gerade war Dance Battle, fand ich irgendwie besser. Da liegst du, du Lutscher. Deckung, Deckung. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Ja? Ja. Ich ruf, wenn du das jetzt nicht sofort runter nimmst, ruf ich deine Mama an. Okay, du hast gewonnen. Siehst du? Ich hätte meine dritte Option mehr gewesen, dass Minder dich beißt. Ja. Dann geht ein R auf Mutter. Nein, ich ruf die nur an und verpett den. Doch, jetzt nimmst du deine Hände hoch. Warum denn ich? Fuck. Das ist ziemlich effektiv. Ja, das habe ich gewonnen. Ich habe Durst. Dann hol dir was, dass du die Hände hochnimmst. Pamela, die ärgern mich immer, die Ziegen. Wie, wer sind ihr die Hände hoch? Hallo, beruhigt euch. Katz, was willst du trinken haben? Nimm dir jetzt alle die Knarre runter. Was ist das? Was ist das? Knauze. Die ärgern mich immer, die Mädchen. Hört auch zu ärgern. Legt euch mit jemandem... Hört auch zu ärgern jetzt. Legt euch mit jemandem genauso groß wie ihr. Mit einem Shorty oder so. Katz, was willst du trinken haben? Ach, ich geh mir kurz was holen. Komm her, ich hab die Taschen voll. Achso. Hast du Ananas-Eistee? Pferisch? Mit Kakao? Nee, Ananas. Und hier kriegst du noch Cola. Danke. Danke. Und Twinkies, du wirst du auf die Taschen voll? Nein, gib Mila Twinkies. Hey Mila, du hast ein Glas voller Dreck? Mila? Ja? Mach mal A. Komm mal deine Mutter durch. Aaaaaaah. Wo? Weiß nicht, warum gehst du auf Mutter? Weiß ich nicht. Mila, mach mal A. Das ist die einzige Rückzugskarte, die ich kenne. Gucken, ob auch vier reinpassen. Ja, Abo. What? Könnt ihr das nicht im Zimmer machen? Einfach die Augen zu und genieße. Nein, Twinkies. Mila mag Twinkies. Ja. Wann waren wir denn da? Zwei Stunden dauert uns. Apotuzano. Warum erinnert mich das an etwas? Beginn in ne Stunde oder halbe Stunde. Oder ich rufe den David an. David, rufe den an. Wir haben eh noch was zu klären. 78 Dollar, du weißt. Eigentlich müssen wir in der Grove auf dem Wagen und ihn verkloppen. Genau. Und dann sagen, das Autos scheiß, da geht das Orangenhaut drin. Was? Das war zum Finschlüssel. Da ist Orangenhaut drin. Maximal Verwirrungstaktik. Nimm Orangenhaut. Fischernitz. Wolltest du gerade Fisternitz sagen? Nein, Fischernitz. Fisternitz. Bist du da in so einer Gruppe drin, ne? Ich kann doch den Fischern nur nicht hören. Geile Sau. Bist du ein bisschen Zucker. Warum haust du dir selbst ins Gesicht? Das ist eine geile Sau. Deine Brille ist runtergeflogen. Ich muss mal haust mir auf den Arsch, das tut weh im Gesicht. Wer wirft dir High Five rum? Ich hab den David eingeklatscht, ne? Sollen wir was machen? Sollen wir in den Laden überfallen? Ja. Ja. Oh, jemand schmeißt Geld. Da verliert einer Kleingeld. Wo? Mehr, ich brauch mehr. Miller steckt mir einen Zwang in den Schlüpper. Ich kann das gebrauchen. Ich muss ein Auto tanken. Dann mach ich das auf. Ja, tanz weiter. Goldregen. Ich guck mal kurz auf eine Pfanne pullen. Hier ist aber auch noch was. Oha, 230 Dollar. Alter. Das hab ich beim Unterfliegen gezählt. Was? Aber ich kann mich schon mit mir. Ich muss das auf den Schluck abbefallen. Also diese Lache, die war ziemlich groß. Dange, bist du es? Äh. Fuck. Dike, holen die Handwerke in der Tasche rein. Weißt du, ist es? Vielleicht der Dange nur mal. Warum erinnere ich mich gerade an dieses Ha-Ha? Weil du dumm bist. Ha-Ha. Das erklärt einiges. Ah. Und wer soll mich beim Knutsch jetzt mit ihm machen? Beide. Uh. Wir machen heute Sandwich. Aber das sagt man nicht. Knutschst du mit jedem Mädchen, mit dem du redest? Nein, ich knutsch nur mit Mila. Ja, dann solltest du auch. Sonst beißt sie dich. Letztes Mal hast du aber auch andere Mädchen gekürzt. Hab ich überhaupt nicht. Ich lüg nicht. Oha. Aha. Nina glaubt dem nicht mehr. Ich glaub dem nicht mehr. Ah, kommst gerade jetzt, kommst raus. Aha. Wala, ich bin treu. Kann auch rein. Wie Penowine. Nur Grätsche machen. Kann jeder sagen. Bin ich auch. Samstag stand ich auch bei Coldys ohne Mila und hab euch nicht geflirtet. Ich wollte dich verkuppeln. Ja, wohl, du hast deinen Schwanz wieder durch die Gegend gewedelt. Das stimmt. Siehst du, und da merkt man, dass du lügst, weil der nämlich so klein ist, kann gar nicht wedeln. Das kann ich bezeugen. Der ist so klein, den kann man gar nicht wedeln. Genau, siehst du, du lügst. Also grätsch nicht rein. Den können die Rosklamm da vorne. Den Stinke rockern. Ich brauch Geld für Alteisen. Ich brauch Geld für Alteisen. Und das ist der Präsi vom Vorgeln. Der Aufräumer. Mila, Demba hat doch gesagt, wir haben eine Freundin jetzt, ne? Ja. Siehst du? Weg dich und alle, die du kennst. Hä, warum? Also auch dich. Nein, ausgenommen hier. Was ist denn eigentlich mal deine Ex-Fäundin, Demba? Die ist tot. Warum? Demba hatte eine Freundin? Hab sie umgebracht. Ja, der hatte, Demba hat damals einen vollenden. Mit 16. Ich glaube, die hieß Twinkie. Ja. Das war so eine Dicke. Ja, bei der Spitzen haben wir. Komm, wir gehen einkaufen. Nee, kein Bock. Guck mal, hat ein Twinkie. Und dann bin ich dann mit aus der Wohnung gelaufen. Ich hab kein Wort verstanden, ich lach einfach. Ich dachte schon. Da gehen wir jetzt ne Tankstelle überfallen? Ja, oder? Ja. Wie machen wir das? Gehen wir einfach mit allem mal rein und schubsen den Opa raus? Ja. Und was soll in die Körpers kommen? Wir schicken Tyrese vor. Dann sagen wir, wir haben den aus der Sinkie schubs. Aus der Tanker raus. Nein, wir sagen, wir haben den Dance weiter gemacht und Tyrese halt in einem Flickflack gemacht. Und es ist mit dem Fuß angehen gekommen. Ja. Ja. Aber dann müssen wir, wir gehen rein. Oh, noch nicht mal meine 10. Wir gehen rein. Dann meckern wir den Opa, dass der abhaut. Und dann müssen wir tanzen. Okay. Let's go. Los geht's. Äh, was? Scheiß kriminell. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Bin erster. Ich bin ersterster. Pssst. 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 Ich habe mich gehört. Pssst. Gern mir das. Gärt sich nicht rein. Pssst. Ach so. Ich versuche denen zu helfen. Er hat schöne Haare mit Barteigern. Du die eine und der Beaty die andere. Okay, Beaty brauche auch. Was vor ich? Ähh, Shampoo. Einen Freund. Einen Freundin. Los, fahr. Fahr. Fuck. Kein Schlüssel drin. Nee, bro, ich stream kein WIWI heute. Das werde ich nicht schaffen. Da hätte ich heute keine Pirmes zucken sollen. Jetzt braucht er eine volle Doppelherz. Habt ihr den Opa schon weggeschickt? Ja, Nila schreit den Namen. Ist der abgehauen? Ja. Okay, was machen wir noch mal? Tanzen. Ich schnapp mir das Bier. Okay, warte. Nimmst du schon Geld? Ich kann jetzt. Okay, dann müssen wir tanzen. Hier kann man gar nichts kaufen. Ola. Was möchtest du haben? Ich hätte gerne zwei Hamburger. Wie, da packt ihr den Daisy weg. Hamburger? Für die Gronkh. Was macht ihr hier? Nichts. Wir reparieren die Kasse. Ja, wir wollten auch gleich wieder gehen. Weil die Kasse ist schon repariert worden. Ist die schon repariert? Ja, die ist schon repariert worden. Kein Geld mehr drin. Nein. Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Warum rennt ihr denn weg mit keinem Geld? Warum habt ihr unsere Idee? Das ist scheiße. Seid ihr überfallet? Nee. Wir würden sowas nie machen. Wir wollten... Appell, soll ich jetzt bald die... Macht ihr Kussi? Ihr könnt so wohl sein, dass die meine Nummer blockiert haben. Ramsi? Ach du Scheiße. Wer ist denn Ramsi? Zu viele Fragen, die angeblich keinen Sinn machen. Ach, Ramsamsam. Ramsamsam. Binnie, 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 Binnie. Ramsamsam. Oh. Außerdem hätte ich jemanden da einen Kopf geben müssen. Komm her. Komm her. Ja, kannst du sagen, dass ihr... Ähm... Hallo, wird das jetzt hier zum Mädchentalk? Ja. Wo kommen die ganzen Weiber her? Rufi. Du hast schon mal gesagt, ich brauch mehr Freunde, ne? Geh den Helm aus, wenn du in den Einkauf kommst. Und dann möchte ich mal wieder... Du mit dem schwarzen T-Shirt. Rufi. Ah, du denkst, du denkst, es stört mich, aber da bin ich schon... Überwältig. Was zum Toffel ist hier auf einmal los? Kann ich dir nochmal... Nein, 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 Achtung. Lass die in Ruhe. Nieder. Sonst gibt's den Breit... Sie hat gesagt, sie will über Gebrauchnabel. Nein, die will nicht über Gebrauchnabelbumpf sein. Hat sie gesagt? Nein. Echt? M-m. Okay, dann gehen wir mal weiter, ne? Wir haben noch was vor. Ich rufe die Bullen. Nein. Mach mal. Mach mal. Mach's nicht so. Oh, egelig. Ich esse einen Burger. Halt die Klappe. Halt so die Klopfe, ich rede mit Guffi. Ich hab Schnute gemacht. Ich glaub, ich geh zur Apotheke vorne. Hände runter, nimm all mein Geld. Scheiße, ich werde hier grad nicht überfallen. Er hat gesagt, ich muss dein Geld nehmen. Ich hab meine Finger. Du's nicht, du's nicht, du's nicht, du's nicht. Der nimmt meinen Finger nicht ernst. Hat er dich ignoriert? Götis? Was denn? Götis? Guffi fragt, warum du den nicht anrufst. Alter, Timber. Ja, soll der mich doch anrufen? Du sollst ihn anrufen, du Neleck. Der soll zu Kluftank kommen. Du Neleck und er sagt, du bist scheiße. Aua. Da war ja ne Scheibe drin. Wo ist Mela jetzt? Bei Kruf, immer noch. Mela ist weggelaufen. Bis gleich. Wallah, du hast dich verändert. Der mit dem Finger ist so im Arm, drei oder so. Wo ist Mela? Du bist abgehauen, weißt du nicht? Im Zoo. Nee, bin ich abgehauen. Hab versucht, da hochzuklären. Bei der Slange. Eine Slange. So. Schluck Schlecken. Wo bist du hin? Ich weiß nicht. Komm, die dicken Mädchen sind weg. Die sind abgehauen. Echt? Ja. Oh Gott. Wo bist du hin? Ich hatte echt Angst. Ich dachte, du hast keine Pubi mehr. Bob, wer weiß, vielleicht kommt es wieder. Ja, ich bin auch bald da. Das war ein ganz schönes Bauch. Bis gleich. Ja. Hast du im Sportunterricht auch immer gesagt, du hast den Tag. Nein, deswegen bin ich Profi-Footballspieler. Ah. Wenn du dich mit Animation bewegen willst, musst du First Person gehen. Oder erst so. Dann machst du eine Animation. Dann gehst du First Person. Dann machst du Rechtsklick halten. Und dann so. Tage kann ich. Ja, Tussis. Genau. Wir sind die groovy Cousins. Ja, wir sind bekannt dafür, dass wir in schlechtem Bad sind. Wir passen auch richtig gut zusammen. Genau. Wir sind richtig schlecht im Bett. Dafür sind wir bekannt. Na, Mila? Was? Ich bin das Schlechteste im Bett. Ja. Danach komme ich knapp gefolgt, Stelle 2. Ja. Aber man muss auch nicht gut sein. Ich habe ein großes Herz dafür. Manchmal. Wie viel Prozent? Drei. Ah, perfekt. 50. Bei 50. Bei 50. Und besoffen. Ja, besoffen. Ja, platten. Ja. Ich habe kein Geld. Versuch aufzupusten, aber die Lungenfunktion habe ich nicht mehr. Nimm doch einen auf Lenker drauf. Wer verchromt sein LKW? Was ist los mit den Leuten? Genau. Was mit denen? Wir gehen arbeiten, um ihr Arbeitsgefährdet zu aufzumassen. Warum geht die nicht arbeiten? Warum sollten wir? Braucht ihr kein Geld? Doch, klar. Bitte regelt. Stütze regelt. Stütze regelt. Stütze regelt. Mach doch einen Schokoladierladen auf. Was für einen Schokoladierladen? Schokoladier. Der gibt es einen da? Schweizer Schoki. Das sind die Mädels und Damen, die Schoki herstellen. Schoki kommt vom Baum. Wirklich? Boah, mein ganzes Weltbild hast du gerade gestört. Raus aus unserem Turf. Boah, der hat da aber richtig Angst jetzt. Genau, es ist wieder unsere Tanke jetzt. Warum wieder? Reicht dir? Warum wieder? Der Opa Donny hat die doch früher mal gekauft. Peck dich, mich überlistest du nicht. Das verstehe ich nicht, der Merklammer. Der Opa Donny hat die doch früher gekauft. Du bedrückst keine Tankstelle. Mit 16 Jahren waren wir ja Turf. Was, Alter? Was waren wir? Ach, egal, vergiss es. Du sagst einfach JFK. Sollen wir dazu Cody's und mit Lebensmeld rumschmeißen? Ich will schon eine eigene Pupu rumschmeißen, lieber. Junge, Alter, ich muss hier mal reinkicken. Äh, Jerome, danke für den Weezer beim 24. Wo sind die denn heute alle? Wo fahren die hin? Komm, rauf, Cody's. Oh. Ja. Da. Kein Wheelie. Du bist so fett, du bist so fett. Kein Wheelie. Dollar macht 3000 Dollar. Ja. Die Klappe. Hast du das gesehen? Hast du mich gesehen? Nee, was sollen? Ich bin fast gestorben. Drum. War da ein Raser gewesen? Eine NASA? Ein Raser. Ein Raser. Ein Raser. Ein Sonntagfahrer. Hat nicht funktioniert. Nee, wir brauchen einen anderen Laden. Und ich kenne da auch schon einen, den hasse ich schon länger. Ja, das ist Cody's. Wo habt ihr die Pfandpullen gelagert? Tank bei Funk? Ja. Wo habt ihr die Pfandpullen gelagert? Wie? Ja. Wir haben keine Pfandpullen. Und wir haben alle Pfandfrei. Alles Geld. Oh, solche scheiße Ökos. Alles. Tank bei Funk. Sammeln da gleich schnell, ne? Ja. Aber dann bekommen wir Ärger. Von wem? Ja, von Frank. Ja, von Rote aufgehen. Da ist ein Helikopter über der Growth-Tanker. Ja, E-Zeit ist gerade schwierig. Warum? Siehst du, die sind beschäftigt jetzt. Weil die ganze Zeit Cops rumfahren und eine grüne Karre verfolgen. Eine grüne Karre? E-Zeit ist schwierig, hast du nur gehört. Ja, aber wenn dich jemanden folgt, dann gehen wir halt zu einer anderen Tanker. Dann noch eine andere, die ich auch hasse. Welche denn? Die... Ähm, beim Waffen-Shit-Laden da hinten. Wo? Mann, komm! Und was mit Demba? Da kommt der da vorne. Da hinten ist der. Der andere Karre Lady, da war er wieder. Boah, ist das ein... Ich hab'n Viertüre. Wir haben auch Viertüre, ne? Ich hab'n Moppet. Ja, du musst schon sagen, wo. Aber der Chap ruft die Polizei. Ja, ich rufe immer die Polizei, das ist richtig. Ja, egal. Ich würde schon mal wieder verprügeln. Ja, willst du mich verprügeln? Ja. Wieso? Weil du gesagt hast, ich bin gemein. Hä, das stimmt halt auch. Gar nicht, boah. Boah, die sind so dumm, ne? Weil denn die Mädchen... Nein, die Cops, die suchen jetzt die Tankstellenräuber. Wir sind ganz komisch da weggegangen. Du weißt schon, dass da kein Geld über ne Kasse war, ne? Wir haben dich nicht überfallen. Doch. Nein. Gib's zu! Nein, wir fahren nicht zu den anderen. Sag mal, wir fahren nicht zu den anderen, komm. Woher? Wir haben zwei Autos, weil es nicht mehr lebt. Ja, ich fahr. Okay. Sag mal, wo ich bin. Wir hören uns. Nein, nein, die Klappe. Wir holen uns ab, wartet hier. Viel Spaß. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Zeig doch rein. Bin noch drinne. Komm her, Kosen. Hab ich mich auf Wacke küsst? Ja, auf mein Stirn. Das Liebeszeichen. Wohin fahren wir nun? Mila, wo fährst du mit? Mila. Ja. Wir müssen auch die anderen mitnehmen. Wo fährst du denn schon wieder hin? Der fährt uns rein. Gib den Lappen ab. Mila, Kodis. Wie kann man das vergessen? Wir waren vor zehn Sekunden da. Weil der Jun und so noch sind. Und Beaty. Wohin fahren wir genau? Weiß nicht. Mila. 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 Boah, ich schau dir nicht. Hier ist doch kein Bifi. Wo ist es denn? Wo ist ein Bifi? Bifi. Ja, hinter uns. Ja, du musst vorbeifahren, wo du hin willst. Ja, okay. Nicht dahin, wir waren gerade da. Das weiß ja sogar ich. Mila, nicht so schnell. Okay. Sollen wir erst pinke Jokolade holen? Nein, den holen wir gleich. Komm im Knast. Nein. Wir sagen einfach, die Mädchen machen, dass die da mitkommen. Ja. Die kämmeln nicht. Dein Vollnimmer. Genau, lass sie verpetzen. Die wird niemals auf die Idee kommen, dass ich das war. Lass die Tankstellen nehmen. Ja. Oh, das sind wir. Die ist von Yangbo Ho, ich kenne den. Da ist jemand. Egal. Seid ihr gang, gang? Egal, wir gehen da rein. Okay. Schnell da rein, schnell. Alle, der Kassierer, kau ab. Hi, was geht ab? Was geht? Kass ist leer. Wie Kass ist leer? Mann! Warum? Ich weiß nicht, ich muss auf Gifi warten. Nimm die Schwarznase runter. Mannu! Mannu! So eine Scheiße. Habt ihr die Kasse leer gemacht? Nee. Wir wollten, aber es war leer. Lug mich nicht an, Paulblatt. Ich brauche 5 Dollar. Also 5 Dollar hab ich nicht. Mann! Wieso mal denn hier Verbrecher sein? Ich hab aber 10 Dollar. Nein, das ist viel. Ich hab Geld für dich. Pst, versuch die Scheibe aufzubrechen. Meinst du Geld, dass du nicht durchschießt? Ich denk schon, ihr bist schön. Hab's genommen. Hast du mir was in die Tasche getan? Ja, ich hab dir was in die Tasche gelegt. Hallo, die merken, dass wenn ich hier einbrechen will. Hallo, wo ist der Biti? Geht nicht. Hallo, ich bin hier. Okay, wir müssen aus telefonieren. Hallo. Herr, wo bist du? Hi. Ja, steck im Auto. Wie viele sind wir auf einem? Unser Klick ist voll groß. Wir sind die Raupeln. Mach die Auto. Ab zum nächsten Ding. Können wir auf Arschlicktrick hier. Mühle, mach auf. Mach nochmal. Ja, die Scheibe mach ich einfach kaputt. Ja, die hat eben eine Mutter beleidigt. Ja, fahr doch, fahr doch, fahr doch. Wer hat deine Mutter beleidigt? Die Scheibe. Die Scheibe? Ja. Scheiß, Scheibe. Hallo? Aha. Boah, viele Jugulas fahren rum. Viele Jugulas. Heute ist Perch-Schneider, ne? Mila, nicht so schnell. Die, du komm doch nicht hinterher, Mädchen. Gleich klatscht ihr einen im Nacken, ne? Hallo, Freunde, wie geht's euch? Ja, toll, jetzt haben die uns verloren wegen dem Milder. Ich glaub, die hatten einen Unfall. War Unfall. Er hat ein Barsch. Ja. Seht ihr gut aus. Wo warst denn du den ganzen Tag, du kleiner Schelm? Ich war in der Booth, dann bin ich rausgekommen, dann stand ich kurz am Yenki Park, dann hat der JFK mich angerufen, dann hat mein Handy nicht funktioniert, dann hab ich das gegen die Wand gefeuert. Boah, laber mich nicht voll. Ich wusste, dass das kommt. Dann hab ich das gegen die Wand gefeuert, dann hab ich mir ein neues Handy gekauft. Boah, wisst ihr was? Wir haben es schon dunkel, wir sind jetzt Nachtschicht. Genau. Und jetzt gleich begegnen, wird die echte Nachtschicht ein Scheiß und sein. Nein, dann verklappen wir die. War das kein guter Plan? Wo fangen wir hin? Zum Schott da oben. Boah, ich schwöre, wenn die den jetzt auch machen, also ob hier jemand hinkommt. Ich denke, aber... Hure! Lass mich raus! Häng doch! Will ich das machen? Ich hab Erfahrung damit. Mann, ich bin so fett, ich komme nicht durch. Raus hier, meine Frau! Ja, verzieh dich! Ich hol das alles aus der Kasse raus. Lass mich in die Kasse greifen. Oh, das ist ja schön, also frische Früchte hier. Aber wir wollten tanzen, ne? Ja, genau, tanzen. Guck mal, der Opa rennt weg. Tanzen! Meinst du, das fällt auf, wenn ich eine Knalle in der Hand hab? Ich bin auch ein. Mila, du holst die Kohle raus. Ey, du musst die doch gar nicht mehr in der Hand haben. Der ist doch weg. Ach so, okay. Ich bin kein Expert, okay? Wir sind die Raupeln. Yeah! Dann müssen wir aber auch einen Song aus unserer Truppe hören. Was müssen wir hören? Einen Song aus unserer Truppe. Einen, ich hab Musik, Alter, bitte nicht. Auch nicht G-Style? Nuh-uh. Nix? Dann musst du tanzen. Ja. G-Style geht nicht? Nee, lieber nicht. Nein, besser nicht. Wir können dann wieder selber Musik machen. Einen von euch. Oh, den Blues fühle ich. Oh ja, Funpunz. Oh ja. Ich bin einfach talentlos. Wo ist das Didi-Di-Di-Di? Hallo, wo sind die Instrumente? Mir wird so schnell schwindelig verblasen. Wir brauchen Instrumente. Instrumente. Ich beiß auf mein Songpiercing. Er hat kein Instrument hier. Wir sind die Wölfe. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wie die Tierarme. Oh, oh. Wie die Tierarme. Oh, oh. Wie die Tierarme. Ich glaube, der macht die Kürzü. Ich wie die Tierarme. Oh, oh, oh. Wie die Tierarme. Oh, oh. Wie die Tierarme. Du, der Didi-Di-Di-Di-Di-Di. Und du was anderes noch dazu. Wir sind die Ropen-Stadtmusikanten. Yeah. Wir sind die Huren. Wir sind die Huren. Was macht denn Tyrese da, Alter? Tyrese schiebst du wieder deinen Ex vor in den Mac? Ja! Trinkt ihr auch nach Metall? Metall! Schieb den mal! Musik, Musik hab kein Bock mehr. Ich glaub keine Polizei kommt. Das ist okay. Ne, die sind vorhin in irgendwelchen schwarzen Autos hinterhergejagt. Ja, aber wir haben auch schwarze Autos. Ja. Die sollen die Ropen Gang gehen und uns ernst nehmen. Genau. Wir sind auch färblich. Und merkwürzig. Die sind nicht mehr lange schwarz. Genau, unsere Farbe ist nämlich rosa. Rosa. Pussy Flavor rosa. Der Candy Crush. Pussy Flavor. Ropen Rosa. Lass bis hier rumfahren, Präsenz zeigen. Genau. Lass uns bei den anderen vorstellen gehen. Lass von Turf zu Turf fallen uns vorstellen. Genau. Und die anderen fragen, ob die in Gruppierungen sind. Was tragen wir für eine Farbe? Rosa. Niemand drauf in unsere Straße rein. Wichtig ist immer fragen, seid ihr Gang Gang? Seid ihr eine Gruppierung? Agiert ihr wie eine? Hallo, ihr braucht ein Erkennungsmerkmal. Können wir ein paar noch vor der Street stellen? Na klar. Und überlegt euch schon mal, mit welcher Gang wir kuscheln. Blau. Mit allem würde ich sein. Wir brauchen nämlich rückeln. Blau-orange. Mit der Pata. In der Fähne zu essen. oro. W Fähne zu Meister versuchen das zu gehen. Wir haben alles verständlich. Warum liebe ihr Vieeno? Lass uns durch. Das macht viel mehr Spaß als ein paar Rumpeln. Wie voll ist denn bitte diese scheiß Kasse? Ja, Mila, fang mal an, das Geld rauszunehmen. Du bist die ganze Zeit im Tanzen. Wir stehen in der seit halben Stunde. Keiner nimmt das Geld raus. Nein, du. Nein, ich mach schon, ich mach schon. Okay. Kein Wunder, dass keiner kommt, Alter. Der Alarm geht erst an, wenn ihr die Kasse unsinnig berührt. Ich kann aber nicht ins Gefängnis. Ich kann aber nicht ins Gefängnis. Junge, das sind keine Geschichten. Wir müssen doch gleich die Müllisten bestechen und du isst da die Donuts weg, du Idiot. Ich hab Herpes, den hab ich verteilt. Wie deine Mama. Da sag ich nix so. Der hat jetzt drei Minuten überlegt, was der sagen soll. Dem ist nix angefallen. Ey, gib mir mal die gute Pulle Moe her. Bekommst du gleich. Alkopatch. Du brauchst ja die Alkopatch, Tyrese. Ja, Artilleriefeuer und so. Ja. 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 Ja, ich küsse. Ja, ich küsse. Ja, ich küsse. Das hast du jetzt schon wie einmal verdauelt. In die Gang-Gang! In die Gang-Kasse, bitte! Damit wir uns eigene Sugulas kaufen, ne? Die, die bei der Bank angemeldet als Gang-Kasse. Ich baue 10 Dollar für Solarium, ich will nur 5 Minuten gehen. Kann mir einer mal schnell den Kofferraum aufmachen? Warum bist du Sonne gepleicht? Ich will der Pi raustragen! Basteln! Ah, komm! Ich bin froh, wenn der stirbt! Ich hasse Therese, lass den Blatt holen! Ja! Der ist jetzt schon raus, erster Überfall! Soll ich Therese kaputthauen gehen? Nein! Was hat er gesagt? Die Fresse, du Uhrenbock! Sag ruhig, ansonsten kriegst du ein Brett, du Penner! Der hätte schon ein Brett bekommen! Beruhigt euch! Beruhigt euch! Hallo! Vielleicht schau dir mal die ganze Zeit vom Bauch und du sagst nichts! Ich wundere mich schon, was hier klatscht die ganze Zeit! Mahlzeit! Willkommen! 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 Wir haben übrigens keinen Maskenhof, ne? Ist egal! Wir machen doch nichts! Solange wir den Abstand einhalten, ist alles gut! Das ist nicht lustig! Hä? Bibi Elefant! Einer von den Raupeln! Mini Rüssel, ne? Mina, ich muss einmal vorbei! Ich will einmal an die Pussycat rein! Nein, du gehen jetzt gar nicht vorbei! Ich will die Pussycat mitnehmen! Ey, warum denn schon wieder die Pussycat? Die ist nicht mehr neu! Amelie Touchdown! Aber da haben die Kette ihn noch nicht! Ach so! Amelie Touchdown! Jahr! So, wir haben! Mina, die Tasche ist voll! Haben wir? Ja, Kass ist leer! Okay, lass raustanzen! Raustanzen! Okay! Lass unser Markenzeichen! Was machen wir jetzt? Weiterziehen! Weiter! Wie viel Kohle gab das? Keine Ahnung, wir haben nicht gezählt! Kannst du über uns soweit ziehen? Lass einsteigen! Die kommen! Ich tanze im Auto weiter! Okay! Jetzt nächstes nehmen wir den am Highway! The Highway! The Highway! The Highway! The Highway! The Highway! The Highway! Fährt Mila? Ja! Wir sind die Raupen! So gefährlich! Hey! Wie fährst du Auto? Wir fahren die Auto! Mach mal Drift, Mila! Ich kann nicht driften! Mach doch! Dann muss der Jacks dir das beibringen! Wollen wir den auch in unsere Raupengänge aufnehmen? Ach, verpiss dich! Warum bist du so? Curtis, sollen wir ein Buch schreiben? Dembon Curtis, nur ein Kriminell? Ja! Okay! Ich bin ein OG und Dembon's auch OG! Ja! Ja! Und wir schlafen heute in unserem Turf! Oder hast du Diffke oben? Diffke ist oben! Diffke ist oben! Dann schlafen wir nur mit dem Twiler! Also das neue Übergangsturf! Kann ich die Finanzen verwalten und dann nehme ich das ganze Geld im Hummel davon schönes Auto? Du kriegst kein Geld! Du warst nämlich schon im Junkiepark und Schnurre! Du Hure! Du Hure! Du Hure! Du Hure! Wenn ich so frech an sind, dann muss ich dich hauen! Ja, das bringen wir jetzt eigentlich Gang Gang unter! Wir haben nur zwei Trailer! Mh... Wir haben doch ne Lagerhalter! Da können Leute pennen! Ah, da stehen noch ein paar liere Kartons, ne? Ja! Muss zum Übergang reichen! Die soll man nicht so belaut sein! Wir machen... Wir malen den Karton an! Und dann kommt Memo aus! Sollen wieder Haus drauf schreiben? Ja! Wir verarschen Memo! Ja! Ja! Wir könnten mit einer Ziergang... Was kann ich Ihnen anbieten? Hallo, was wollen Sie kaufen? Was? Chat ist immer müde, Jibby. Hallo, Chat, wo seid ihr? Oh, da guckt der WoW-Pommer-Streams nebenbei. Oh, da ist der Chat kaputt. Was zum Tor war das? Kiffi, guck mal, was Tyrese da macht. Ich hab ein bisschen Angst. Ich will auch ein Slushie-Eis. Bitte. Welchen Geschmack? Ich will grün und blau. Grün und blau, komm. Dankeschön, Huchlikrachli. Was machen die? Was machen die da? Was machen die da? Ich will mir das nicht angucken, danke. Tyrese perversen, was machst du da hinten? Ich kenne nur einen Zahnriebe, ich kenne keinen Tyrese. Zahnriebe. Aber ich war das nicht. Was haben wir gemacht? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Du musst nicht kaufen, klau einfach. Na gut. Das klingt so, als würde man gegen was kloppen. Das ist ja Beatty. Du sollst dein Lörrisch nicht in den Ventilator halten. Schuss, Huckelu. Ruhe. Ist dir irgendwo ein Waschbecken? Wasch dir unter dem Slushie-Eis die Hände? Und kann jemand was zu essen mit dem Veroben nachher? Soll ich Fresh-Eier mitnehmen? Pamela. Ich war es nicht. Na klar, deine Hose bläht sich voll auf. Guck mal, halt mal, halt mal die Hand auf. Ja. Oh ja. Das ist ein Teufel. Die Raupen sind krass. Ja. Die tanzen alles the way. Die Kass, das ist the King. Sind wir eine Gang, eine Familie oder eine Gruppe, die Spaß haben will? Ja, Gruppe, die Spaß haben will. Wir sind alle. Wir sind die Dorns. Jakuza. Ja, wir sind eine Mafia-Gang-Familie. Gruppe, die Spaß haben will. Du haste meine Ehre, Beschmutze. Noni. Umaiwa. Werde dir die Lehre des Drachen zeigen. Halt die Klappe, sonst kriegst du nur mein Brett. Genau. Woher aus können wir noch mal? Gicky, Gicky, Gicky. Ne Mogen. Wie geht's gut? Wer will kämpfen? Kürtis. Kürtis. Ich bin der Freddy. Freddy. Was sagen wir dann zu Junkie Park? Im Krieg. Ich piss auf deren Fleck. Genau. Genau. Ich piss auf deren Fleck. Boah, die Kasse klemmt. Hallo. Wie Teufel, Milla. Was zum Teufel? Dein Brummen hört sich an wie ein 18-Zylinder-Jazel mit 412 PSV-12-Motor von Seite Kfz. Ich weiß. Ausnahme. 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 Seit dem Lestern? Immer. Immer. Früchli, Kachli und Schoki. Das sind eure Gangster-Namen, Polte. Genau. Ich hab eine Brieffrage drin. Jetzt zum Brett, Motherfucker. Ich bin Früchli, Kachli. Wo ist der Taucher schon wieder? Was willst du, Tyweez? Ich hab eine Brieffrage. Ich hab eine Brieffrage. Ich hab eine Brieffrage. Das sieht aus wie Puck die Stubenfliege mit seiner Brille. Was war das denn? Was ist denn? Oh, schon wieder Wäsche. Dantju. Crazy, Bruder. Crazy. Crazy, Bruder. Crazy. Kies. Kies. Guter Assist. Guter Assist. Jungs, Uwewewewe. Jungs, Uwewewewe. Was geht ab, Jungs? Boah, die Kasse klemmt voll. Was geht ab? Boah, kickst du's mal hin. Nö, das klemmt. Wie mein Kuhstahl. Aber ich hab Jogginghose. Ja, geh ihm an die Hose. Ja, immer schön zur Hand gehen. Man kennt's. Hallo. Hallo. Wir haben kleine Kinder hier. Hey. Ich bin schon erwachsen. Du bist noch klein. Ich hab letztens auf einen geschossen. Oha. Was? Mit Wasser oder was? Mit Pistole. Oh, Wasserpistole. Da macht die Pipi rein. Pass auf, ja. Boah. Pass ja auf. Boah, der Zahnriegel ist schon wieder da draußen am Bett hin. Macht keinen Spaß mit diesem Turf. Oh mein Gott, in Deckung. Naja, man bekommt Geld. Von 30 bis 40.000. Pack das Ding weg, du Lutscher. Lutsch nicht. Da schießt er rum. Seht ihr? Dem Tyrus ist bestimmt wieder die Knarre aus der Hose gefallen beim Pimpen. Er hat sich die in die Hose und hat selbst ins Bein geschossen. Mila, kannst du mal genau hier spuckeln? Mila? Ja? Spuck mal genau hier. Geiler. Und jetzt zieh auf die Kasse. Weil das klemmt hier. Nur hier. Mehr. Nimm Bartheil. Nimm alles voll. Oh mein Gott. Heute ist die Night, wo wir bereich werden. Ja. Was machen wir mit dem Geld? Teilen wir das? Lass Party machen. Ja, alles für die Gang. Für die Gangkasse. Ja. Für neue Kostüme. Mila muss hier nur mal spucken. Ah, okay. Das tue ich in den Taschen. Das halte ich mich für Späte. Oh Gott. Geil ist da. Wir nehmen die Erdbeerroute. Und aus dem Grund bin ich OG. Angelroute. Ja, Angelroute. Nehmen wir als erstes. Was machen wir mit dem Geld? Lass Anwälte bestech. Wir kaufen uns einfach halt. Was? 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 Ich geh mal nachtanzen, was da los ist. Oh Gott. Hab da mal einen Dollar. Was ist los, Fabi? Hab da mal einen Dollar gemacht? Hab da einen Dollar? Die gehören dazu dir. Du gehst schon. Aber ich brauche jetzt einen Dollar. Du brauchst einen Dollar. Eigentlich fragt du, oder was? Sieht aus wie Bollywood da draußen. Achso, hört sich Bollywood an. Ich dachte, ja. Der fragt nach einem Dollar. Wer fragt nach einem Dollar? Ty Wees. Wir rauben hier gerade Tanker aus. Der fragt nach einem Dollar. Hier ist alles for free. Du musst jetzt nur mal hier spuckeln. Ja, okay. Nochmal. Ja. Nochmal. Und jetzt hau mir auf den Arsch. Okay. Okay, wir haben uns gleich auf. Komm, Bidi, hau mir auch in die Fresse. Ist auf. Warte, ich mach das. Hammer, das kommt. Aua. Geile Sau. Ja. Kommt, hallo. Bidi, ich hab alles in die Tasche aus. Markenzeichen. Hattest du mal einen Dollar für mich. Muss ich auch noch einen haben, oder was? Ich bin für einen Dollar. Welches Auto fahren wir? Tanzt in die Autos rein. Gibt keinen Dollar, oder was? Komm jetzt, Tyrese. Ich muss doch einen Dollar haben. Der sitzt da wie ein Penner. Okay, was ist jetzt? Im Norden. Im Norden. Was ist denn hier in einem Handschuhfach drinne? Magst du nicht? Essen. Wo fährst du hin, Mila? Das Auto ist noch nicht... Oh mein Gott! Oh, Zahnriemeln! Oh, Mila, du bist die schlechteste Autopfahrein, ich jemal neben Gesellner. Warte doch auf das andere Auto, du Dummkopf. Wann, wir blamieren uns doch mit unserer Robengang. Was geschehen? Und jetzt esse ich den Burscht. Den was? Dem Fisch hier. Da ist ein Fisch im Handschuhfach. Echt? Mhm. Kördis, ich hab Eier und Milch heute Abend mitgenommen. Können wir früher einmachen. Siehst du, jetzt hat das Ault uns verloren. Ja. Wo seid ihr? Ja, wir fahren Richtung Norden. Ich stehe in Norden, okay. Weil Mila wieder scheiße Auto fährt. Ja, ich weiß. Hallo, red nicht so. Halt die Fresse am Telefon. Fick dich, Mila. Fick dich, meine Familie. Fick dich und deine ganze Sitsche. Ja. Sag mir das gleich ins Gesicht. Komm, ja, Mila fährt, keine Ahnung, wohin. Die soll im Norden fahren und die... Wenn wir mal in der Mitfahrer hier die Fresse halten würden, dann würde ich auch was verstehen am Telefon. Was denn? Ich verstehe nicht. Wir fahren im Norden, Mila, im Norden. Ja, sie fährt doch in den Norden, aber... Ja, aber wo? Umwege, halt die Fresse da hinten. Du scheiß Giffi. Was willst du? Ich bin in der OG. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Aus deinem Mund stinkt nach Juni Schwanz. Aus deinem Mund riecht nach Juni Schwanz von allen anderen. Ruhe, bitte. Wir fahren ganz oben in den Norden, nach Paleto. Dann muss ich konstruieren. Ganz oben in den Norden, Paleto, okay. Mila, Vorsicht, ein Hase. Ist mir doch egal. Ich schmeiß jetzt einfach mit Fisch hier im Auto rum. Ruhe jetzt hier, denk dich mal Spaß. Wir sind die Raupeln, Motherfucker. No Drugs in the North. Ich gehe nach Hause. Nein, bleibs her. Hier will noch einer im Fisch. Oh, danke schön. Wo fährst du hin? Aber das ist kein Fisch. Okay, wir sind hier auf dem... Osthighway. Hier ist noch ein Laden. Weißt du wo? Ruf, wir rennen rein. Das LSP, die aber stehen bleiben. Ist der weg? Der ist weg. Ich mach die Kasse auf. Nö, ich mach die Kasse. Du kannst es nicht. Ich mach die Kasse zu. Die Kasse ist schon auf, da ist kein Geld mehr drin. Scheiße, kein Geld. Was ist das denn? Wie kommt einer mit Inlinesgeld daheim? Das ist mein Skateboard. Oh, Kopfschmerzen. Wo hast du das Skateboard? Als nächstes fahren wir hoch. Nein, wir fahren jetzt erstmal links hoch. Der hat Kopfschmerzen. Der muss kurz Tabletten nehmen. Okay. Der hat nur ein Skateboard. Wo hat der das her auf einmal? Keine Ahnung. Der kommt... Ich dachte erst, jemand hat Inlinesgeld daheim. Tyrese kommt mit Stützrädern reingefahren mit Motorrad. Die Klappe, Mama, wir sind die Ropeln. Mach keinen Spaß mit der Knarre, ne? Was denn? Mach ernst. Die ist geladen jetzt, ne? Irgendwann platzt dir der Reifen. Nö. Platzt gleich der Arsch. Der John muss immer angeben, wenn Mädchen dabei sind. Ja. Der hat auch auf Verkehr, man ist immer gegen Holy Nukas geboren. Ja, ja. Ich war immer Autoscooter. Willst du mitfahren? Willst du mitfahren? Und dann so arm um die gelegt wie im Kino. Ein Hand an Lenkrad. Und dann kam Kubi leider nicht gerannt und du konntest nichts sagen. Immer rückwärts gefahren. Lass jetzt Isengard stürmen gehen. Was macht er hier in meinem Gebiet? Ja. Piss dich, Alter. Disco, Disco. Party, Party. Wir sind die Mittagsschicht. Guck mal auf die Uhrzeit. Bin die Mittagsspause. Wie spät ist denn das? Sehr spät. Oh, gleich ist Nachtschicht dran. Oh, da kommt der Scrapport-Fahrer. Lass noch auf die Uhr. Lass noch auf die Uhr. Druck auf die Uhr, Bernie. Oh, mich holf ich mal in den Nallen. Hallo? Ich glaube, den hat er gerade löckert. Willst du dein Auto abholen? Weil wir machen gleich Feierabend. Wann macht ihr Feierabend? Jetzt gleich. Ich habe den schon mal rausgestellt. Du musst dann nur noch Schlüssel abholen. Äh, okay. Oder sollen wir weiter und morgen abholen? Ja, können wir morgen abholen. Können wir das morgen abholen? Aua, könnt ihr auch, ja. Steht draußen, falls ihr euch so abholen wollt. Wenn ich holt, ich morgen einfach dann Schlüssel abholen. Okay, danke. Alles klar, hab rein. Tschüss, David. Peace. Der Vater von Harry Potter. Ja. Provinz un000m. Motor. Ja. 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 eigentlich sind wir frei nie wieder im park stehen wenn wir unsere eigene clique ja hier wird alles geteilt 80 für mich für euch 20 verschwinden oh mein gott er denn reingeschossen ich mach doch die kasse auf macht die kasse auf ich mache ich komme rum jetzt hier der fährt draußen nach hafpike das fällt gar nicht wo ist dein skateboard bt wo ist dein skateboard das habe ich geboren das ist im auto kofferraum ja fall doch mal soll ich weiterfahren zeig mal n trick mach mal kickflip was macht ihr hallo was macht ihr ja gleich gleich wieder ab okay ist kein geld in kasse nie glück was selber in ölhaar ich habe die lassen abknallen wir haben wohl glück na das war knapp so starristen plant schießen ich war auch gerade überlegt oder macht der double looping wheelie ist in meinem platten oh mein gott wala du hast verändert jetzt mittagspause oder was mit leute melden meine freunde ich glaube hier kann man nix das ist dann hier großer kleine pimmel treffen du warst vergleich wenn wir wollen also ich dachte ich glaube das wird nicht ich war bereit norden ist zu gefährlich lassen west herunter wir sind aber viele kuppers ne ja dazu geht richtung norden die merken das langsam du meinst die roben gehen ja ja wir sind die waldelfen süden junge ja ja die bullen die bullen die rote schuhe gelbe hose blaues oberteil und grüne mitte den pick ich jetzt doch mal nur warnschuss wieso nicht nur die opa level noch nicht bereit wir sind noch nicht professionell dafür wir müssen aber ich bin schon sehr professionell ach du bist also eine professionelle die knallen gleich hintereinander jetzt kommt todeskurve jetzt fliegt der eine weg ich fahr gar nicht ich habe ihn dann von polizei oder ich komme koba ich weiß nicht außer von hinten ich bin vielleicht noch schnell schmink spiegel müssen wir hingucken dass ein auto hinter uns wenn es ist auf den einen ja ja nein ich glaube nicht geschossen in die luft des wandschiffs hau den weg du kannst absolut kein auto wir fahren auf die gegend fahrbar das war so knapp liegt doch nicht wir haben die extra für mich gemacht du fährst du schon wieder hin du hast schon wieder halbe schlag am fahrer und wer fährt wo fährt deren wisst ihr der pfeil richtig da ist fast kumpass überfallen das hat gesplattert ich denke aus jetzt Guck mit seinem Scalper wieder. Ich weiß, deck mich jetzt nicht mehr, falls die Polizei kommt. Ich muss Geld einzahlen. Zeig mal deinen Pin. Oh ja, das war das sehr lieb. Ist leer. Abo. Dankeschön. 3, 2, 1, 4 ist dabei. Ich komme noch ein Bier davon. Geh weg, ich muss ganzes Geld da rein stopfen. Ist die Kasse leer? Ja. Wir haben kein Glück. Nie Glück. Milda, bist du Profi, Autofahrer? Profi. Fühl mich nicht wohl. Warum? Wenn du fährst. Ich fahr voll gut und vorsichtig. Vorsichtig. Klick, klick. Ja. Seht sich meine Karre an. Frag, ob eine Gang Gang ist. Warte, ich schreie den an, dass wir weggehen sollen. Nein. Hi. Hallo. Wir machen jetzt absolut nichts. Nimm die Hände runter und nimm einmal mein Geld. Was? Pass auf, wie du oben steht da drin. Ja, geh rein, Riemen. Ich bitte wieder einen Dollar. Ach so. Ich habe keine Laufkundschaft. Super schon mitgeräumt. Ey, Kollege. Du hast ja bestimmt mal einen Dollar für mich, oder nicht? Ich geh tanzen. Ach, das ist die Dusche. Hey. Ja. Meinst du mich auch nicht abschauen, oder was? Du dreckiger Wichser. Ach, warum ist er auch unser saftiger Schinken? Wer hat nen saftigen Schinken? Was zum Teufel? Mann. Oh nein. Ich weh das nicht. Oh Gott. Gesundheit. Oh, ich hasse dich so sehr, ne? Ich hoffe, dass du stirbst. Abo. Ich hoffe, dass du elendig stirbst. Warum sagst du so? Weil ich dich hasse. Warum hasst du mich? Weil du mich aus dem Maul ziehst. Oh mein Gott. Das war aus dem Maul nicht mit Absicht. Nee, das war nicht. Du willst mir jetzt erzählen, du hast... Oh mein Gott, er hat die Schnauze gefiegt. Das war nicht mit Absicht, ne? Merkst du selber. Ich dachte, das war der Dämpfer. Warum ziehst du den OG aus dem Fenster, Giffy? Ich glaub, das war der... Oh Gott. Oh, oh. Ich dachte, das war der Dämpfer, okay? Ich wollte den Dämpfer aus dem Ort ziehen. Ach, du wolltest mich rausziehen? Ja. Du kleiner Weixer, Knarr ist geladen. Gibt jetzt einen Knieschuss. Wie die Kutter aus Dämpfer. Wie die Kutter aus Dämpfer. Wie dich gleich aus. Das sieht nach dem Geschäft wie mein... Für mich aussehen. Das ist gut gemacht hier. Ein richtiger asozialer Sch***er. Hier. 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 Ich fühle dich hier. Wie? Ach, hier ist da auch keiner mehr. Ey, Roddy, bist du da? Ja, der ist leer. Ja, aber klar. Fuck. Guck mal an die Koppersamm, fahr mal welche Kasse noch voll ist. Wären Kasse. Na gut, die andere Seite. Äh, ich bleib stehen. Aua! Okay, hau rein mit dir. Dankeschön, Demba. Gerne. Ich liebe dich. Ich hab'n Wodka mitgehen lassen. Du bist nur zu klein dafür. Hier. Gib her! Haar damit. Ich hab das irgendwie nach vorne gegeben. Ich schmeiß das nicht Auto. Hier, Mila, trink das. Dankeschön. Trink jetzt schnell, wir werden wie wir fahren. Mach' ich gleich. Wo fahren wir jetzt hin? Äh, zu diesen anderen Laden bei, bei den, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei, also wenn, also das ungefähr da, wo, ja. Also weiter zu erklären. Ja? Also, wenn, wenn, du beim, Kiez bist. Was soll ich mit dem Wodka? Trinken. Geh kachlos. Und, danke. Und, dann. Und, dann. wir müssen trinken, ne? Ja, mach' ich gleich. Wird sich nie ändern hier. Ne, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind eh alle leer jetzt. Ja, letzte Chance. Ne, trinken wir Wodka. Ja, mach' ich. Mach' ich jetzt. Der Opa ist auch schon mit den Scherl. Ist auch keiner hier. Warum stehen wir nur hier? Weiß nicht. Vielleicht kommt er ja wieder. Meinst du? Meinst du, dass du bei der Bank Geld holst? Fick das so. Wechseln. Warum mir das denn ne Fallen? Alter. Alter, ich dachte schon, was bebt jetzt? Was hab' ich gebraucht? Boah, hast du gehört, was Beaty gesagt hat, Amina? Uh-uh. Du bist hingefallen und meinte, boah, ich wollte schon sagen, was bebt ihr. Ich sehe, dass wir einen Dollar von ihrem haben. Boah, ich knall den jetzt gleich ins Kreuz. Okay, wir müssen Gang-Besprechung machen. Guck mal her, wir machen Gang-Besprechung. Wie lief der Abend? Was sagt ihr Gang? Wir brauchen ja Gang. Was sollen wir machen? Was wollen wir fielen? Was wollen wir fielen? Stadtpark-Battling gehen. Lass mit Kiez Sachen machen. Lass Geisel nehmen. Ja, Geisel nehmen. Ich spuck ihn. Ist schon wieder Sonnenschein? Oh, okay, wir sind im Arsch. Hell, du. Wir haben verloren. Okay. Vivo, schnell weg! Wo ist unser Fahrer? Warum ist das Auto zu? Ich will unsere Farbe nicht sehen. Mila hat zwei Pfechen Wodka getrunken. Ich will das nicht. Hallo? Stand mal nicht du fährst. Okay, fahr du Mila. Okay. Wieso nicht ich? Wenn die Kuppas hier wären wir schon alle im Herbst. Ist egal, ist Testphase. Hm. Weiß nicht, fahr einfach. Aber nicht so schnell. Da hin, wo der Wind uns trägt. Genau. Fehlt am Wind. Der guckt nie, weil der Star Wars im Auto. Ich hab auf mein Handy geguckt. Hör auf zu zocken, du Asi. Ich sehe schon die Kreuzung. Ja, der zockt wieder Wild Shadow Legends. Ja, das hat sich nicht gemacht. Fack mal Jammer. Oh Mann, oh Mann, ich wünsch dir. Mila. Ja. Wir sollten... Fangen von Jun hinterher. Wer ist John? Ja, John von. War schneller, Mila. Schneller. Schneller. Nein, wir müssen uns alle sehen. Wir müssen Gang Gang zeigen. Häng dich mal auf dem Fenster dämmer. Warte. Silikotos. 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 Mila, setz dich mal vor den Teils und nimm mal Vollbremsung. Nein, du, du. Mach mal. Wer ist der denn hin? Der folgt Biergeruch. Der fährt jetzt ins Pity rein. Pity. Wiu. Wiu, wiu. Au, 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 au. Wiu, wiu, wiu. Abo. Oh, mein Nacken. Mach Sicherung. Es ist doch gar nichts passiert. Oh, du bist im Hinblick drauf gefahren. Echt? Ja, du Dunko. Oh, da steht Opa Willi Wonkas Auto. aber hier ist keine die boomen weg macht da war ein stoppschild unserer hut angekommen das ist unser turf du bist ein stoppschild ultra krasse müssen ist krasse stehen wer ist eigentlich wir können ja wir können ja abstimmen ich bin ich ja auch ich bin wir müssen präsent zeigen kann sie stehen am sonntag ach die geschichte mit dexos und der waschstraße ist da das gecodet werden muss und das kann endlos lange dauern vielleicht überlegen wir uns noch mal ein neues konzept für wat angeles wird nicht so lange dauern weil es besteht immer die gefahr dass eine andere gegen kommt und okay verstanden im series ist egal ist ein geld kämpfe okay wir müssen das last ich will nach hause du wohnst jetzt hier nein ich wohnen im feinwood nein du wohnst bei deiner gegen eine gang gang kann bei mir wohnen hast du ein haus ja halt das ein pool ja okay einstimmig entschieden dann schlafen wir nun im teiler ja da stinkt es aber nach pisse und morgen schlafen wir beim jun da schon mal die zeit aus und die kuscheldecken und ich will keine folge piste matratze der john macht nämlich pibi ins bett an die ladies hier okay okay gang eine frage wer zeigen von euch morgen da ich bin da ich bin auch da ich bin wahrscheinlich da sowieso und hoch ich rachle oh hast du hörte die koppel ja du bist noch okay ich kann es schon wir haben morgen was krasses durchziehen was denn wir gehen baumarkt überfallen okay dann klauen wir hammer und wir überfallen die schwachen und kruppel nein das machen wir nicht aber die starken gesunden die werden sie immer so aber keine leute die keine leute die nichts können für schicksal die scheißwehrerei geht mir verdammt auf den sack wir sind eine gang mit moral okay wir gehen nur auf die gesunden starken aber dann verlieren wir aber dafür zu fünft aber wisst ihr was sie machen können wir haben also hübsche mädchen in der gang die ziehen sich morgen an ganz hübsch ich mache auch mit ich schmink mich auch wir machen wieder bibi und tina ja ja und dann pass auf wir gehen im highway hör mir zu der og spricht wir gehen zum highway ich bin der og wir gehen zum highway dann tun wir so erzählt haben wir den autumpfall gehabt dann stehen die mädchen da mit minirock und so und innen die tod hält an und sagt hey ich bin der philipp kann ich euch helfen und denen kommen aus dem busch gelaufen und dann kommen alle aus dem busch in unterhosen wookie kostümer und dann nehmen wir den hops genau ich war das nicht ich war das nicht ja ich auch nicht schon ich nicht ich nicht immer mädchen du fährst du jetzt alleine nur mit dem besitzer na gut okay enttäuschung wir treffen uns morgen wieder beim coli okay da wird unser drogenumschlagplatz das wird unser umschlagsplatz und wenn co die belle macht facken wir sind lagen ab genau die dreckigen für die europen ja du kannst doch gar nicht wieder herkommen nö keine lust im moment zu fahren gehe ich heute ein bisschen vorher war anstrengend heute geiler arsch oh mein gott jemand hat auf uns geschossen wo jetzt rücken augen kong war das mit dem jack stream da ihr huren wenn wir jetzt verfolgt werden knallt ja heute waren wir anstrengender tag ja ja so viel mal guck mal bitte auf der jack stream seine verantwortungsvolle aufgabe du bist jetzt die sekretärin europen okay ich bin kein sekretärin was willst du denn sein was willst du was bin ich dann die den raupe ist das cool okay und dein spitzname ist banditen raupe kokonfig ja okay haben wir nicht in dem bus ein güffi ich glaube ich habe ein güffi vergessen da kommt verfolger egal dass im stadt schlafen mit mir gleich muss schlafen nun kann man gerade aus ok dann mache ich mit mir alleine so bin ich ja noch was ist denn da party los guck mal wiederholtest du stehen sind da bikes oh fahr da um wo drive by mo fucker wir wollten uns kurz vorstellen wir sind die raupen fahr nicht dahin boh mir da nicht dahin fahr warum schießt denn der wohn ist der bescheuert ist der bescheuert die schießen auf uns ich habe geschossen nein die haben nochmal geschossen oder ne ich war das achso hab zurückgeschossen mila fahr bevor die uns hinterher fahren mila kannst du bitte fahren die steigen doch jetzt alle auf ihre pissmotoren und kommen ja sonst müssen wir unseren turf verlassen mila aber der weg ist gefährlich die ficken sich in die wilde auto durch jawohl voll noch dreimal mila kannst du bitte fahren das reicht mir ich schick die nachtschicht vorbei soll ich mal gucken ob die unterwegs sind ruft die an ich pet sie jetzt ne ich pet sie auch gerade fün 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 ja wo sind sie wir sind gerade bei dem bei dem bei dem tiki lala ding vorbeigefangen jello jack vorbeigefahren ja auf uns ja und die haben auf uns geschossen die haben auf uns geschossen ne die sind aber warum die sind hoch aggressiv ja dann vertragt euch wieder das nervt ich fick den nervt dann vertragen wir uns vielleicht warum fick guck mal ihr habt euch beide beleidigt dann boxt ihn doch einer wir haben uns nicht nur beleidigt der hat mich aus dem park weg geschickt ja aber dann ich hab gehört du hast bei colis eine waffe gezogen ich wollte ihn abknallen warum weil es ein dreckiger wixer ist es ist immer noch deine familie da knallt man niemanden ab da schlägt man den ins gesicht oder mit schlappe ins gesicht ich hab ja auch nicht geschossen du warst aber davor du hast die intention nennt man das nein ich hab keine intention ich hab nachts nicht geredet drauf ich seh das ich hab den fass abgeknallt hör auf damit klatsch den einer nö ich muss erst trainieren dann trainieren mit güffi nö ich hab mit bt trainiert und ich hab bt aus dem lehm geboxt ja bt ist im Fall gleich zu joni in snack bt hat johnny vorher verkloppt da hast du auch schon genug trainiert ich muss nur mehr trainieren dann benutzt dein biokugan und fick den weg ich muss ihn vernichten der Fall fick den ja ich fick den nur das hat doch nichts mit euch zu tun nur mit johnny und mir ja du vertrag dich das nervt das nervt alle ja dann sagt ihr doch johnny dass der sich entschuldigen soll macht der da ohne der will der will mit dir reden der will mit dir reden der will mit dir reden aber du sagst immer nein 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 der Grof erzählte dass ich den Hund geschossen hab das stimmt nicht doch david hat mir gesagt ja scheiß auf die Grof das ist ein schwanzlutscher johnny ist auch ein schwanzlutscher das kann sein jetzt vertragt euch wieder ich rede nochmal mit dir johnny okay dann vertragt euch mal nur weil der kommt dann nur weil ihr das sagt weil ihr keinen bock habt dass du Stress haben der heult mir die ganze Zeit das Ohr voll will der eh nicht doch tut er der hat kein bock der hat noch einmal der hatte mich gesehen bei Cody's und der kam nicht und hat nichts gesagt weil er nämlich schafft ja weil ihr beides petzlesen seid und nerviger warum bin ich ne petze hab ich euch verraten ja mein herz hast du verraten ich hab gern nix verraten ja 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 bin kein snitch ja 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 ich krieg mal ne eigene Gang jetzt wir sind die Ropeln guck mal Dembe guck mal du nimmst mir meine Freunde weg wir haben eine falsche Nachtschicht gemacht du nimmst mir meine Freunde weg und johnny nimmt mir meine Freunde weg deswegen vertragt euch dann könnt ihr wieder transformieren zu einer Freunde oder vielleicht irgendwann aber bevor fix ich den hast ich muss mir nur überlegen wie ich den fick ohne Waffen aber mit Schlagring das kannst du gerne machen oder ich fahr mit dem Auto im Park ein ja einfach überfahren genau ja oder Rakete oder Atombombe genau ok ok dann hören wir uns mit Atombombe auf Parkern und pack doch da falls ihr Nachtschicht unterwegs seid da stehen Leute auf dem Dach ne und so bestimmt 15 Leute das ist schon bei uns bekannt dass da was los ist oben da ist doch 50 Leute oder so da oben nein so viel also vor dem Ding nicht kann sein dass da stehen aber extrem viele Autos wir sind da im Röckerdorf vorbeigefahren da waren schon so viele Leute die haben einfach auf uns geschlüsseln ok ja komm mal komm zu uns wir rächen uns wir schießen auf deren Autos nö ich komm nicht zurück bist du schon der sich entschuldigt oder ich nehme eine Fresse gehauen ob ok dann da er sich nurmals von alleine entschuldigt er wird sich von alleine entschuldigen du musst es aber auch wollen du musst es aber auch wollen nö ich muss jetzt auflegen ich geh super im Nintendo ok mach das travis 10 und 11 ne ja tschüss haben wir die Nachtschicht auf die gehetzt ich auch und die sagen ich soll mich mit Juni vertragen ja die haben die das auch gesagt aber ich weiß nicht wie der Bademeister hat mir auch gesagt das muss enden wir können zurückkommen alles die machen nix wisst du was was denn fick Juni Trullus der ist ein Schwanzlutscher ich komm nicht auf Knie angekrochen und dann ich muss der muss dich entschuldigen und der muss mich respektieren ja er hat dich ja auch rausgeschmissen genau dann muss er dich auch wieder reinschmeißen genau nein ja so ähnlich ich krieg den den Controller der ganzes nein ich nur Jeff kehrt nein tschüss jammer kommst du auch noch hä kommst du nicht einzurunden nein ja weißt du dann geh doch im Park und verschiss den Halt die Presse Halt du die Presse verrät der Schulen malen